Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen hier zu einem Versuch, dem Live-Piloten der Shots des Tele-Stammtischs. Ich bin der Andi und auf meiner Visitenkarte steht drauf, ich wäre der Chefredakteur einer Filmredaktion. Das bin ich irgendwie auch, manchmal zumindest. Und wir bereden schon seit echt mehreren Jahren zu ziemlich aller aktuellen Kinostarts und vor allem Filmstarts, auch im Heimkino-Bereich, die es so gibt. Und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt alles nochmal ein bisschen anders, weil irgendwie, ne, weißt du Bescheid. Wir wollen über Kinofilme sprechen, die jetzt in dieser Woche in die Kinos kommen. Auch über Heimkinostarts, das hatte ich ja schon angekündigt. Und wir werden das Konzept insofern ein bisschen ändern, dass wir es mal mit Live-Shows versuchen wollen. Wir machen also alles ein bisschen anders. Wir machen es live, wir schneiden nicht mehr so viel, wir machen es ein bisschen ungezwungener und wir haben auch Einspieler. Das hier ist ein Test, den wir auch vor allem aus technischer Sicht mal testen wollen. Die dieswöchige Ausgabe der Shots, die bespreche ich zum Glück nicht alleine. Ich habe mir drei Jungs mit ins Boot geholt, die sowas wie ja mittragende Eckpfeiler des Tele-Stammtischs sind, ohne die der Spaß hier nicht funktionieren würde. Wir haben alle eine ganze Menge Zeug geguckt. Ob es gut oder schlecht ist, kriegen wir noch raus. Ich freue mich sehr auf den Timo, auf den Stu und auf den Paul. Moinsen. Hallo. Hallo. Moin, moin aus Flensburg. Hi. Ja, voll gut soweit schon mal, oder? Es läuft. Wir haben alle was installiert und wir hören uns. Ja, bis jetzt. Kann ja nicht mehr viel schief gehen. Ja, wie das bei so Shots eben ist. Da gibt es dann eine spannende Anmoderation. Check. Und dann geht es los, dass wir einfach so Dinge über Filme erzählen, die ins Kino kommen. Und diese Woche ist übrigens der Donnerstag, wo die ins Kino kommen werden, der 9. Dezember 2021. Kommen eine Menge Sachen ins Kino. Hast du nicht gedacht, ist aber so. Als letzte Woche kam, das werden wir auch noch mit reinpacken. Und ich würde gerne einfach mal, weil es mit A anfängt und weil es sich so schön anmoderieren lässt, mit dem Film anfangen, dessen Titel, also genau genommen ging es mit diesem Mann irgendwie wahrscheinlich auch damals los. Voller ganz schön lange Zeit. Die Rede ist von Adam. Ein Film, der eben jetzt demnächst bald startet. Und ich habe ihn gesehen. Timo auch, richtig? Ja, angefangen, ehrlich gesagt. Aber er hat mich gar nicht gepackt, deswegen habe ich ihn ausgemacht. Ich habe ihn auch gesehen. Und sogar im Kino. Wow, erzähl mal, wie kam es dazu? Also ich war vor ein paar Monaten noch auf der Filmkunstmesse in Leipzig, da lief der auch. Und da konnte ich mir noch einen kleinen Platz da irgendwie am Rande einer Reihe erkatten und habe mir den dort angeschaut. Geil, dann erzähl doch mal, worum es geht. Ich glaube, so kompliziert ist das gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also im Wesentlichen geht es um zwei Frauen, deren Schicksal oder deren Wege sich kreuzen. Eine junge Frau, die schwanger ist und die bei einer anderen Frau unterkommt, die ein, ja was ist das, ein kleiner Laden, eine kleine Bäckerei oder so arbeitet. Und die beiden Frauen, die geraten so ein bisschen aneinander oder die eine wohnt dann bei der anderen und es entwickelt sich so eine ganz besondere Freundschaft, die irgendwie so das Leben beider so ein bisschen aufwühlt, aber doch auf eine ganz ruhige Art und Weise. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ruhige Art und Weise vielleicht genau das gewesen ist, was dich nicht so gepackt hat, Timo. Könnte es sein? Ja, gleichzeitig ist es vielleicht auch diese vorweintragliche Stimmung, in die ich momentan überhaupt nicht reinkomme und mir dann so eine Geschichte dann noch über den Weg läuft und ich dachte, nee, also das braucht vielleicht bei mir auch so ein paar Tage länger zur Sichtung, weil ich halt nicht im Kino war, sondern ihn als Screener hier zu Hause hatte. Und es hat einfach mich so 0,0 interessiert, muss ich ehrlicherweise sagen, sodass ich diesen Film, um fair zu bleiben, auch gar nicht gucken wollte und ihn dann nicht noch im Endeffekt noch bewerten oder kommentieren zu müssen. Deswegen ist Paul natürlich unser Expert. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst und, Entschuldigung, ich glaube, ich weiß, was du meinst, denn ich hätte ihn, hätte ich ihn nicht im Kino gesehen, wäre ich, glaube ich, vielleicht auch, wäre der Blick so ein, zwei Mal vielleicht auch an anderer Stelle gewesen, jetzt vielleicht auf dem Handy, was daneben liegt oder so. Aber im Kino konnte ich ihn zumindest, da konnte ich ihn für die Laufzeit genießen. Es ist halt wirklich ein super langsamer Film. Die Regie hat hier gefühlt eine Mariam Tuzani, die mir natürlich kein Begriff ist. Nee, es ist ein Spielfilm. Ich repräsentiere in dieser Runde übrigens, ja, danke sehr, ich repräsentiere hier in dieser Runde übrigens sowas wie den dumpfen Durchschnitt, die dumpfe Masse, also ich bin irgendwie auch massegal, auf jeden Fall, ist das hier sowas, wo ich nicht so viel von gesehen habe. Das ganze Ding spielt in Casablanca und das ist so ein bisschen das, wo ich sagen muss, okay, das ist vielleicht das Positive, was ich hier rausziehen kann, der Film, der jetzt nicht schlecht ist, einfach mega langsam und in der Thematik, mit der ich noch nicht so viel anfangen kann. Aber so ein bisschen so dieses Thema Frauenbild, dieses bisschen Aufwachsen von ja letztlich sogenannten Bastarden, also unehelichen Kindern, das wird im Film so genannt. Und ja, was sich da dann auch für Zwänge und Probleme für die junge Frau ergibt, die dieses Kind ja austrägt und ja eben auch was für Probleme, die sich dann ausgesetzt sieht. Ich meine, wenn die ja da nicht angekommen wäre bei dieser Bäckerin und bei der nicht in Haus leben hätte können, dann wäre die ja halt obdachlos und hätte gegebenenfalls ihr Kind irgendwo im Freien zur Welt bringen müssen. Und auch wenn vielleicht nicht jede Frage geklärt wird in diesem Film, vor allem die Vergangenheit von Samia bleibt absolut ungeklärt, ist das so ein bisschen so dieses fremdartige, faszinierende, was ich so positiv diesem Film abgewinnen kann. Ja, mit zwei starken Hauptdarstellerinnen, wie ich finde. Also sie haben mich voll überzeugt, sowohl in ihren etwas leiseren Momenten, als auch wenn sie die Konfrontation gesucht haben. Also hat mir sehr gut gefallen. Mich hat es tatsächlich ein bisschen daran erinnert, wir haben den Film dieses Jahr schon besprochen, First Cow von Kelly Reichert auf Mubi, nur eben jetzt mit zwei Frauen. Und dann gibt es aber auch diese Komponente mit dieser Bäckerei, dass sie irgendwie sich darüber nähern oder dass das erst so ein Grund ist, wo sie erst so Nenner finden, auf denen sie aufbauen. Und auch vom Tempo her, das hat mich sehr daran erinnert, obwohl es natürlich im Grunde dann nochmal ganz verschiedene Geschichten, noch ganz verschiedene Hintergründe sind. Ja, ich glaube fast, dass man zu diesem Film, also ich habe zu diesem Film alles gesagt. Ich bin relativ fasziniert, wie gesagt, auch ein bisschen so von diesem schauspielerischen und einfach dem Setting. Und ich persönlich, ich weiß nicht, ihr habt ihn jetzt ja mit deutscher Synchro gesehen. Mich hat das hier natürlich immer so ein bisschen die Performance der KinderschauspielerInnen. Das wird mich jetzt mal, also wie hat es jetzt dann gewirkt im Original? Ist das irgendwie aufgesetzt oder wirkt das echt? Aber die deutsche Synchro war jetzt nicht das Highlight bei ihr. Okay, ja gut, nö, also im Original fällt da nichts auf. Also sie ist nicht irgendwie herausgestochen jetzt im negativen Sinne. Hm, okay. Ja, das kann dann einfach der Synchro geschuldet sein, kann ich mir vorstellen, ja. Das zu Adam oder Adam und warum der Film so heißt, das kann man sich die ganze Zeit denken, aber wir verraten es trotzdem nicht. Das ist ja sowieso, eine Frau sucht Obhut, trägt ein Kind in sich. Das kommt uns ja bis auf den fehlenden Mann doch ein bisschen bekannt vor in dieser vorweiterartigen Zeit. Gut, dass du es ansprichst, denn hier gibt es noch einen zweiten Film, den wir sichten können, der genau dieses Thema irgendwie auch beinhaltet. Nämlich Once Upon a Time in Bethlehem. Und lieber Stu, das ist angeblich eine Komödie, ne? Ja, wurde mir so gesagt, dass es eine Komödie ist. Das steht drauf, also stimmt das, du. Ja, aus Italien und Regie führte ein Duo, nämlich Salvatore Ficara, ich habe das garantiert falsch ausgesprochen, und Valentino Piccone, die auch das Drehbuch geschrieben haben und die Hauptrollen spielen. Das ist sowohl in Italien ein sehr bekanntes Komiker-Duo. Und es geht um den atheistischen Dieb Salvo, der ein sakrales Kunstwerk dem Pater Valentino stehlen möchte. Und das klappt nicht so ganz, es kommt zu einer Verfolgungsjagd, die endet nicht unbedingt in einem Feld, sondern mehr in einer ganz anderen Zeit. Nämlich im Jahre Null in Bethlehem. Und ja, es ist eine, wie ich wiederhole, oder soll eine Komödie sein, ich habe nicht gelacht. Ich fand es anstrengend, ich fand es stressig und ich weiß nicht, aber ich dachte immer, französische Komödien seien nicht meins. Ich glaube, italienische Komödie sind es auch nicht, weil die ist so überdreht und, also ich weiß nicht, wie viele Red Bull die getrocknet haben, aber diese Komödie, oder Espresso, dankeschön, aber diese 100 Minuten waren so anstrengend wie ein Dauerlauf für mich. Definitiv, das war, also du hast jetzt die französischen Komödie angesprochen und ich mache mich da vielleicht ein bisschen unbeliebt mit, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Louis de Finet. Okay, ich finde dieses hektische, also genau genommen gibt es diese eine Szene mit diesem Wein, nein, was, doch, oh, das finde ich cool. Und ich glaube, diesen Film, wo er Plastikhähnchen essen muss, die finde ich auch ganz lustig, aber an sich kann ich damit echt nicht viel anfangen und das geht genau in dieselbe Richtung. Wir haben ja dieses italienische, auch auch Gestiken, ständig nimmt er seine Hände, um irgendwas zu erzählen, also beide Protagonisten machen das, sowohl der Pater, als eben auch er, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das muss man irgendwie auch mögen, es wirkt ein bisschen wie Laientheater. Ja, ist es auch. Also ich kenne halt dieses Duo jetzt nicht, weil ich wahrscheinlich nicht in Italien lebe. Da sind sie Superstars und vielleicht, wenn man sie etwas genauer kennt, versteht man diese Art von Komik auch. Ich habe sie nicht verstanden. Ich fand, das war alles auf dem Reißbrett auch vorgezeichnet, was da passiert. Also auch, es ist natürlich klar, dass der atheistische Dieb gegen Ende natürlich auch ein bisschen zu Gott findet und der sehr, ja, klerikale Pfarrer natürlich auch ein bisschen offener wird für neue Sachen. Aber insgesamt ist das ein Film gewesen, der mir wirklich, also nur Anstrengung beschert hat und keine Form von Unterhaltung oder Spaß. Geh mir ähnlich. Du hast nicht einmal, ihr habt beide nicht einmal gelacht oder doch? Ähm, ich habe einmal tatsächlich über mich selbst gelacht, weil wir den ja als Screener bekommen haben, dass wir ihn wunderschön zu Hause gucken konnten. Und ich habe gesehen, dass man den Screener, dass man die Geschwindigkeit umstellen kann und habe gedacht, komm, also mache ich das Light ein bisschen schneller und habe dann die Geschwindigkeit erhöht auf 1,5. War ein Fehler, den habe ich dann relativ schnell wieder korrigiert, weil diese Komödie schon in der normalen Geschwindigkeit so unglaublich schnell ist. Ähm, also es hat sich angehört wie die Schlümpfe oder wie die Chipmunks. Es war, äh, hui, da musste ich für euch kurz lachen, aber ansonsten, ähm, von der Komödie selbst aus, äh, nein, kein, keine Mine verzogen. Nur ein bisschen geweint. Die haben die italienischen Joko und Klaas uns leider verloren, also, sorry. Sind das ja, sind das Stars richtig da, oder was? Ja, ich glaube, ja, also die Italiener sind ja, die haben ja sowieso eine ganz, ganz interessante Art der Unterhaltung, auch der Abend, der Samstagabendunterhaltung, die ist ja der, der Deutschen gar nicht so un, äh, weit, ähm, und nicht so weit entfernt. Also sogar, da gibt es ja so, 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 auch so drei, vier Stunden Shows, wo dann irgendwie Adriano Celentano zusammen mit Roberto Benigni da irgendwie in der Zirkusmanage performt. Jetzt natürlich nicht, danke, Corona. Aber, äh, das ist dann deren Form von, von, also, italienische Wetten, das könnte man auch sagen. Ähm, und das ist ja nun im, 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 gerade im anglo-karnischen und im englischen-sprachigen Bereich wird, werden wir ja schon belächelt für Wetten, das? Und, äh, ja, dann kommen halt die beiden Dudes, ähm, mit einem, äh, wie kann man sagen, also, welcher war denn der bessere Dimensionsfilm dieses Jahr? War es Once Upon a Time in Bethlehem oder war es Monster Hunter? Es ist ein ganz, ganz enges Rennen, welcher, also, das Wort besser ist dann auch ein großes Wort, aber, mei. Ich hätte es nie gedacht, aber ich würde dann eher nochmal Monster Hunter gucken, glaube ich. Ja, ich auch, das hat der Film bewirkt, das ist doch auch, da freut sich Paul, äh, W.S. Anderson. Ja, man muss ja auch mal sagen, der Once Upon a Time in Bethlehem, der ist ja auch eingerahmt mit Szenen von Flüchtlingen, die übers vermutlich Mittelmeer fliehen und dann vermutlich auch in Italien irgendwann mal ankommen oder sonst wo ankommen. Und, also, sorry, aber das hat genau gar nichts mit diesem Film zu tun, ist für alles schön und gut, das Flüchtlings, die Flüchtlingsparallele dazu, ähm, Josef und Maria zu sehen und so, ne, aber, Gott, ist das schon mega aufgesetzt und im Endeffekt tut es dem Film nicht gut und zieht diese doch sehr tragische und aus vielen Perspektiven schwierige Situation der Flüchtlinge irgendwie ins Lächerliche, finde ich. Ja, und mal so einen Eindruck zu geben, was der Film uns als Humor oder Komik verkaufen möchte, es ist dann halt urwitzig, wenn so Begebenheiten sind, dass dann die beiden dann vermeintlich Maria und Josef treffen und dann irgendwie sagen, ja, du musst das Kind so und so nennen, du musst es halt Jesus nennen und wir sitzen da und denken, also wir, ich spreche jetzt mal für Stuhl, für mich, wir sitzen da und denken, ja, das ist total lustig. Ha, 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 ha. Okay, alles klar, ich würde auch, wie ihr vielleicht schon merkt, hier bei diesen Shots mal auf diese Punktebewertung mal verzichten, ich hab das Gefühl, dass, ähm, unsere Worte sind vernichtender, als jede Punktevergabe ist da in Kölnchen. Ja, ja, ist auch wirklich so. Dann lass doch vielleicht mal auf was wechseln, was du uns vorstellen kannst, ich glaub, du bist der Einzige, der es gesehen hat, lieber Timo, wie sieht's aus mit Plan A, der kommt jetzt auch, ne? Ja, Plan A ist, wie ich finde, hat eine ganz, ganz interessante Grundprämisse, wir lernen die Figur von August, also es spielt erstmal August Diel mit, den finde ich immer relativ großartig. Und, ähm, Plan A spielt auf ein wirklich historisches Ereignis an, nämlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und den folgenden Holocaust, dass es eine, ähm, israelisch-jüdische Organisation geheim und eine Gruppe von Juden gab, die wollten eine wirklich sehr, sehr gefährliche und sehr, sehr massive Aktion starten, die wollten nämlich das Trinkwasser-System in ganz Deutschland vergiften, so als quasi komplette, äh, Vendetta. Und in, weil sie nämlich sagen, in Deutschland sind eigentlich alle schuldig gewesen, es gibt keine Unschuldigen und die Prämisse ist wirklich, was würdest du tun, denn wir lernen diese Figur kennen, ähm, von August Diel, Max, äh, mit Namen und sie hat wirklich alles verloren, sprich, Frau Kinder kommt als Kriegsheimkehrer, als Holocaust-Heimkehrer nach Hause und hat alles verloren und, ja, findet sich in dieser, in dieser Bande von, von jungen Juden wieder und da gibt's dann den charismatischen Abba und der soll halt das Gift besorgen, da spielt noch Silvia Höcks mit, ja, und das Einzige, womit ich wirklich ein Problem hatte, ist, dass es so ein, es hat auch so ein bisschen sowas von, von so Leidens- und Elendsporno, weil es sich so, darin so suhlt und badet und das ist natürlich, ich komm jetzt wieder mit der Vorweihnachtszeit, das ist natürlich vom Timing her für einen Kinostart, jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Treiber, äh, in, in die Kinoseele, sondern das ist wirklich, das ist ein relativ anspruchs, äh, loser Film, was das, was die Handlung angeht, aber das Thema ist, finde ich, so schwer, dass das wirklich sehr, sehr anstrengend ist, zu gucken. Mhm. Wer will das denn gucken? Also ist das so ein Film mit erhobenem Zeigefinger, auf den du dann meinetwegen, wo du Schulklassen reinschicken kannst? Nee, weil die, glaube ich, komplett daran vorbeigehen würden und nicht verstehen würden, es gibt dann, ja, wir wollen ja hier nicht so spoilern, aber es gibt halt einen, so einen Kinken in der Story, der am Ende auch dazu führt, dass man da sitzt und denkt, äh, okay, also natürlich ist das auch kein, das ist ja keine Fiktion, sondern es ist basiert auf wahren Begebenheiten, deswegen wissen wir im Regelfall, dass es zu dieser Vergiftung nicht kommen kann, aber es gibt ja einen Moment, wo man sich auch so denkt, also wo ich auch der Figur Max dann irgendwann diesen Antrieb nicht abgenommen habe und einfach dachte, was, was passiert denn hier jetzt? Also man braucht da schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit, muss dazu sagen, wir haben den Film ja auch im Original gesehen, äh, mit Untertiteln, ähm, und ich, ich selber muss wirklich sagen, mir, mir hat diese, ich habe, ich finde es bemerkenswert, dass man diese Filme versucht zu machen, es ist ja auch eine israelisch-deutsche Co-Produktion von zwei Regisseuren, ich glaube, das sind Brüder, soweit ich ja weiß, und, äh, Hochachtung immer vor, vor solchen Stoffen, ne, man sagt ja aber auch immer, was der Deutsche halt kann, ist halt Liebeskomödien und Geschichten aus dem Krieg, jetzt haben wir hier eine Geschichte, die nach dem Krieg ist und die auch, äh, ganz gute Suspensmomente hat, aber so das große Ganze hat mich jetzt nicht so ganz überzeugen können, weil das einfach, und es lag nicht nur an der Schwere, sondern auch an der, ja, an der, an der Darbietungsform, weil man irgendwann so denkt, so, kriegt die Figuren oder kriegen andere Figuren, wie zum Beispiel die Figur von Sylvia Höchst, die hat natürlich auch alles verloren, also die, die trauert noch quasi und die sind alle eigentlich traumatisiert und versuchen, ja, verzweifelt dieses, dieses Trauma mit einer eigenen, mit einem eigenen Verbrechen irgendwie aufzufangen, ja, und ich glaube, es gibt ungefähr, gefühlt 20 Szenen, in der Figuren da sitzen, zittern, weinen, im Schlaf irgendwas vor sich hinfaseln und das ist halt wirklich sehr, sehr zäh anzuschauen. Und ich glaube, den Kontext verstehen die meisten nicht so in jugendlichen Altern. Stellt der Film irgendwelche Fragen nach Schuld? Du hast jetzt gemeint, alle Deutschen sind quasi Schuld. Jetzt wollen die selber ja, sage ich mal, auch nicht unbedingt, also sie wollen ja Menschen töten und so und da wird es vermutlich auch irgendwie ambivalente Figuren geben und so. Stellt der die Frage nach Schuld? Eher implizit. Also, ich weiß nicht, du hattest ihn auch gesehen, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ich, ich, ich meine, dass so diese Schuldfrage gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eher dieses, was, was, also ist das, ist das quasi, ist das vergeldbar? Ist das, ist das, was an Unrecht passiert ist, ist das eigentlich durch eine, durch eine weitere Unrechtstat, ist es damit, ja, ist es damit abgegolten? Das war so mein Eindruck von diesem Film. Ja, meiner auch. Also, diese Schuldfrage wird, wenn sie gestellt wird, sehr dezent nur in den Raum gestellt und das ist auch dem Film, glaube ich mal, auch ein bisschen egal. Also, dem geht es auch schon so ein bisschen um die Last, die diese Leute da mit sich tragen, die halt, wie gesagt, alles verloren haben. Und es geht auch zum Teil halt darum, dass halt immer noch die Leute, die halt damals dafür verantwortlich waren, halt immer noch frei rumlaufen und immer teilweise noch Machtpositionen innehaben. Was ja auch eine traurige Wahrheit ist oder war, dass nach dem Krieg sehr viele Nazis halt immer noch weitermachen konnten, halt aber eben ohne den, ohne das Hakenkreuz am Arm. Und man muss sagen, also mir hat er ganz gut gefallen. Augustin war wirklich toll. Ist es ein Film, der mich jetzt längere Zeit beschäftigt hat? Nee, das war er jetzt auch nicht. Aber ich finde, wenn man für historisch doch was übrig hat, wenn man auf Füller-Dramen steht, dann kann man sich dem durchaus mal geben. Also der hat schon wirklich seine sehr, sehr starken Momente. Hat auch ein paar Szenen drin, wo ich sage, okay, die hätten vielleicht noch ein bisschen mehr Impact gebraucht, aber insgesamt war ich doch recht zufrieden. Interessant. Also zwei wirklich ganz unterschiedliche Meinungen, wie mir scheint. Auch zu einem komplexen Thema. Wenn ihr ihn selbst anschaut, vielleicht findet ihr sogar ein Kino, wo er läuft. Könnt ihr mir vorstellen, dass da nicht so viele von gibt. Es gibt wohl auch noch beim Bayerischen Rundfunk auch eine Dokumentation namens Plan A, die jüdische Rächer. Das hängt da wohl inhaltlich irgendwie mit zusammen. Ja, genau. Das ist die Organisation. Und vielleicht guckt ihr da erst mal rein. Genau. Super. Dann würde ich jetzt hier gerne mal den ersten Einspieler des Tages beginnen. Er geht ungefähr siebeneinhalb Minuten, ist von Kathi und Nina, zum Film Notre Dame, der jetzt ebenfalls demnächst anläuft. Und ich hoffe, dass das alles läuft. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Heute besprechen wir eine französische Komödie, wo ich mir denke, what the fuck? Ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte mir so, was passiert da? Der Film heißt Notre Dame, die Liebe ist eine Baustelle. Also so ein richtig, richtig schöner Rom-Com-Titel, finde ich. Und ich habe den aber nicht geguckt. Ich habe, wie gesagt, nur die Vorschau mir angeguckt. Katharina hat den aber geguckt und kann bestimmt erzählen, what the fuck passiert da eigentlich? Ja, also what the fuck passiert da eigentlich, trifft es eigentlich ziemlich gut. Es ist ein Film, wobei eine französische Architektin namens Mott-Criot, oder so in der Art, die soll einen Spielplatz gestalten. Damit fängt das an und sie arbeitet in einem Architekturbüro und sie soll einen Spielplatz gestalten. Sie hat zwei Kinder und einen noch nicht ganz Ex-Mann, mit dem sie aber doch noch irgendwie was hat. Und sie soll eben diesen Spielplatz gestalten. Sie baut dieses Modell und hat auch Stress mit ihrem Chef, der, weil sie nicht sehr gut arbeitet und ein bisschen ein Arschloch ist. Und auf jeden Fall ist eine Baustelle vor ihrem Architekturbüro und das Modell wird zerstört und sind sie mit Heim, um es wieder aufzubauen. Und baut das auf, in Anführung dem Chef, ja, das Projekt ist schon vorbei, sie haben den Auftritt bekommen, blablabla, das Modell bleibt zu stehen. Es ist so ein wirklich schönes Modell, mit zu lichtern und mit viel Liebe so gebaut, zu rutschen und alles. Und dann beginnt auf einmal es an den Fenstern zu rütteln. Das ist ein riesen Sturm. Das ist ja vorher auch schon gesagt, dass ein Sturm wird und die Fenstern, die geschlossen bleiben, so blablabla. Und die Fenstern werden aufgerissen. Dieses Modell fliegt mit sehr schlechtem CGI oder ich glaube, es wird auf den Greenscreen gezogen. Es schaut so aus durch Paris und landet im Rathaus, wo gerade ein Wettbewerb stattfindet, um den Vorplatz von Notre Dame neu zu gestalten. Und landet dort bei den Einreichungen. Und natürlich gewinnt sie den Wettbewerb dann, wo sie nie daran teilgenommen hat und ist dann halt komplett überfordert mit der Situation, was sie machen soll, weil sie muss jetzt dieses Projekt halt managen und blablabla. Dann erfährt sie noch, dass sie vor ihrem noch nicht ganz Ex-Mann wieder schwanger ist. Und der Journalist, der das alles begleiten soll, ist eine alte Jugendliebe von ihr. Ach ja. Und dann entspricht es alles so, dann gibt es ziemlich bald einen Skandal, weil sie hat dieses erste Konzept von diesem Vorplatz der Bauern und das schaut dann natürlich aus, wie ein bisschen geschärf wie ein Penis und dann legt sie die Kirche auf. Natürlich, ja genau. Und alles geht aus den Rudern und ja. Und dann entspricht sich das alles noch weiter. Und ich bin echt noch mal da gesessen, da habe ich mir gedacht so, was schaue ich hier? Aber ich hatte Spaß. Ja, das ist doch Hauptsache, ne? Ich habe ja gerade gesehen, dass Valérie Doncelli, sie spielt die Hauptrolle, führt Regie und hat auch das Drehbuch geschrieben. Das ist eigentlich sowas, was man von männlichen Regisseuren so kennt. Das finde ich halt sehr, sehr, sehr schön. Schafft sie das denn? Also ist das alles passend? Einige Sachen waren für mich einfach nicht schlüssig. Und es wird auch einfach so, zum Beispiel, wie dieses Modell überhaupt zu diesem Wettbewerb kommt, das ist ja schon komplett absurd. Und es wird auch irgendwie aufgriffen im Film, weil dann fragt sie ein Arbeitskolleg, hast du dann teilgenommen und sie so, du wirst es mir nie glauben, was halt passiert ist. Weil, wie erklärst du das wem, dass das Modell durch ganz Paris geflogen ist, bis ins Rathaus. Ich glaube, ich weiß so, was der Film hinaus wird. Es fängt auch schon an mit so lauter negativen Nachrichten, die halt irgendwie in Paris passieren. Und es wird auch dauern, also auf der Straße schlagen sich die Leute auch da. Also die Leute gehen da voneinander vorbei und ohrfeigen sich. Und das wird aber auch nie aufgriffen. Das passiert einfach so. Okay. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was sich da hinausfällt, dass diese ganze Stimmung da so gedrückt ist und dass es halt vielleicht, dass dieser Wettbewerb, dieses Neugestalten, dieses Vorplatz stellt dafür, dass sie etwas Neues erschaffen mit etwas Schönes. Und dass das dann trotzdem nicht wieder funktioniert, weil dann halt das Gebäude ausschaut wie ein Penis und sich dann halt Leute dagegen stellen. Er hat auch so eigenartige Handlungsstränge, also zum Beispiel auch, dass sie schwanger ist von ihrem Ex-Mann und noch nicht Ex-Mann, aber ihm das auch nicht erzählt, sondern ihm anlügt und so. Das sind alles so Handlungsstränge, die dann irgendwie sich vermischen. Dann gibt es eigenartige, also ich bin ein riesiger Musical-Fan. Ich habe absolut nichts gegen Musicals. Und ich würde immer in Musicals vertreten. Aber da gibt es eine Tanzszene und am Schluss eine Gesangsszene. Und ich habe sie nicht verstanden. Ja, das hört sich so ein bisschen so an, es würden halt 100 Millionen Ideen, die halt wirklich so drei, vier bis fünf Filme irgendwie bedienen könnten, in einen Film gepackt, der noch nicht mal anderthalb Stunden lang ist. Eine Stunde 28 geht, ja. Ja, genau. Und deswegen fällt es mir total schwer, das irgendwie zusammenzufassen, ohne da so viel vorwegzunehmen, weil da auch, es passiert auch dauernd irgendwas, aber es passiert so viel Verschiedenes auf einmal. Aber er macht trotzdem Spaß. Also ich habe mich nicht gelangweilt dabei oder so. Ja, wenn ständig was passiert, kann man auch nicht gelangweilt werden, ne? Eben. Also würdest du sagen, es passt halt zu diesen französischen Komödien, die man so hier in Deutschland kennt, so à la Ziemlich Beste Freunde oder Monsieur Claude und seine Töchter, glaube ich, heißt das. Ja, aber vielleicht, also er ist schon ein bisschen schärfer als das. Es ist nicht dieser, ich muss nicht sagen, also dieser einfache, in Anführungszeichen jetzt mal, sondern es ist schon, es gibt schon so Seiten, hierbei auch auf die Medienbranche und das alles, ein bisschen tiefer. Das hat halt auch ein paar dumme Szenen. Ich muss mal als Beispiel nehmen, wie dieses Modell in dieses Rathaus fliegt, wie das halt passiert. Oder dann auch diese Tanzszene mit den Drehungen, wo sie dann ihre Zimmer vermieden, um Geld zu verdienen und so. Oder auch so theatralische Szenen, zum Beispiel, kommt das alles halt vor Gericht an, logischerweise, weil passiert, ich will nicht sagen, ich will nicht spoilern, weil es passiert und was. Und auf einmal dreht sich so richtig theatralisch alle Köpfe in die eine Richtung und das ist so, und einer dreht sich in diese Richtung und schaut so dorthin. Und das ist schon irgendwie, das kommt so unerwartet, das ist schon irgendwie lustig. Also das ist so, ich kann das nicht in Worte fassen. Aber auf jeden Fall hattest du Spaß damit, höre ich da raus. Sag mir jetzt mal dein ganz subjektives, persönliches Kurzfazit, was würdest du sagen, was ist toll an dem Film, was ist nicht toll an dem Film und wie viele Punkte würdest du dem geben und vielleicht, wer sich den angucken sollte. Super, kommen wir dazu. Er hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich ihn teilweise nicht verstanden habe oder manchmal nicht wusste, was abgeht, aber das war dann auch meistens nicht so schlimm, weil es dann trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat. Ja, also ich würde ihm von fünf so eine solide zweieinhalb geben. Macht jetzt, also macht ja nichts falsch. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste auch gar nichts, was abgeht, als ich den Trailer geguckt habe. Ich wusste weniger als vorher. Aber das hat mich auch ein bisschen greizt, deswegen habe ich nur noch geschaut. Also würdest du sagen, sollten alle, die so ein Fable für französische Komöden haben, den auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall, oder so ein bisschen schärfere Humor oder so speziell Humor oder so, das kann man schon schauen. Falls man halt Sonntagabend nichts zu tun hat und sich einen schönen Film angucken will, sollte man vielleicht hier Not to dumb, die Liebe ist eine Baustelle. Ich finde diesen Titel auch, es ist so ein typisch Rom-Com, furchtbar, aber irgendwie witzig. Naja, den kann Katharina auf jeden Fall empfehlen für so einen Sonntagnachmittag, Sonntagabend, wo man eh nichts zu tun hat. Das war dann die Besprechung zu Notre Dame, die Liebe ist eine Baustelle. Vielen Dank, Katharina. Danke. Tschüss. Tschüss. Ein echter Liebesfilm. Ich habe keine, blassen Schimmer. Also es ging um Penisse, das habe ich gemerkt. Und Kathi gefielst nach Penisse, wenn ich richtig zusammenfasse. Kathi, korrigiere uns, wenn es falsch ist. Schreib uns. Ich bin nicht überrascht. Ja, cool. Also so ist das Konzept hier auch von den Shots. Es gibt immer so einen Live-Part, den ihr dann auch mitkriegen könnt. Vielleicht kriegen wir es irgendwann auf die Reihe in den Chat noch zu installieren, dass ihr irgendwie so ein bisschen auch kommentieren könnt live. Und dann immer mal diese Einspieler hier, die wir auch aufzeichnen, aus ganz praktikablen Gründen. Ich bin da gerne auch transparent, denn nicht immer, es ist so wie in dieser Woche, dass so vier eloquente Herren wie wir sich ungefähr 1000 Filme angucken können. Denn ganz oft wird es so sein, dass der Rest der Redaktion auch Filme gesehen hat. Und dann gibt es weiterhin die euch bekannten Einspieler, die gegebenenfalls auch noch mal deutlich kürzer werden und gegebenenfalls auch eher so Richtung Solo wieder gehen. Da müssen wir mal gucken, dass zumindest hier bei unserem Live-Bereich dieser Stammtisch-Aspekt bestehen bleibt. Ihr seid herzlich eingeladen, uns da auch mal Feedback und Ideen, die ihr beim Hören dieser Ausgabe habt, zukommen zu lassen. Yo. Dann gibt es zwei Filme, die hätten wir gern gesehen, haben wir aber nicht und werden dazu erst in der nächsten Woche von der lieben Lida auch Solos bekommen. Die Rede ist zum einen von West Side Story, bei dem Steven Spielberg, glaube ich, nicht ganz unbeteiligt war. Und das ist irgendwie auch ein Remake, oder Timo? Ja, das ist also von einem der größten Oscar-Abräumer von 1961 ist das ein Remake und die Frage, die wir uns einfach stellen und die ich mir im Vorhinein gestellt habe, weswegen ich hier auch auf die PV in Anführungsstrichen verzehrt habe, braucht es das eigentlich? Weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die letzten, sagen wir mal, sechs bis zehn Jahre von Steven Spielberg angeht. Also ich sehe da in der Vita einen Big Friendly Guy oder Giant, dann sehe ich da Ready Player One, also eine Romanverfilmung, jetzt ein Remake, sein erstes Musical und stelle mir die Frage, wo möchte er gerade hin erzählerisch? Und ich weiß wirklich nicht, ob es 2021 eine Neuverfilmung von West Side Story braucht und bin sehr, sehr gespannt, wie Lidas Gesamteindruck in der nächsten Woche, wenn er uns zur Verfügung steht, wie der so ausfallen wird. Ich glaube, die Story kennt man, das ist ja so eine Latino-Metropolen-Variante von Romeo und Julia mit zwei rivalisierten Gruppen, Straßenbanden, die unterschiedliche ethnische Herkunft haben und ja, wie das so ist im Musical, es wird natürlich zwischendurch performt und gesungen. Ich habe zumindest Leuten gehört, dass bei einem Budget von 100 Millionen Dollar, darf man das auch erwarten, dass der fantastisch gefilmt ist, dass also die Choreografien toll sind, dass die Musikstücke toll sind, aber gleichzeitig frage ich, bei solchen Filmen, wir kommen ja vielleicht noch später zu einem anderen Beispiel, wenn man so die Credits sieht, Tony Kushner als Screenplay-Writer, den man ja auch kennt, zum Beispiel von Munich und von Lincoln, also auch zwei Filme, wo er mit Steven Spielberg zusammengearbeitet hat und der Name Spielberg, das ist halt E.T., das ist Jurassic Park, das ist das, was viele von uns lieben und kennen, der weiße Hai, um das nicht zu vergessen. Und ich frage mich halt, ob das nicht wieder so ein klassisches Beispiel ist für Too Big to Fail, dass man also denkt, ja, der muss halt gut sein, der ist natürlich auch in einer Zeit, also er wäre auch letztes Jahr um diese Zeit erschienen, ist natürlich so ein bisschen in der Oscar-Saison, in der Award-Season, dass er rauskommt. Man munkelt ja schon, dass für Rachel Segler auf jeden Fall eine Nominierung, wo er rausspringen soll. Dann ist Anseln Elgort dabei aus Baby Driver. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Lust hinzugucken und das sage ich, der kein Musical-Freund ist und gleichzeitig frage ich mich, aber soll ich mir zweieinhalb Stunden das angucken und nachher vielleicht rausgehen und denken, also wo ist die wirkliche erzählerische Innovation im Vergleich zum Original? Das sind so die Fragen, die ich habe, wenn ich auf Western-Story blicke. Bin gespannt. Das bin ich auch, gerade eben auch auf die Meinung von der lieben Lieder, die sie uns zur Verfügung stellt und die dann nächste Woche bei euch in den Shots aufschlägt. Genauso wie sie auch was machen wird zu Lauras Stern. Das ist ein Kinderfilm, der auch kommt diese Woche und das ganze Ding ist glaube ich ursprünglich ein Buch gewesen, aber auf jeden Fall gibt es auch mindestens einen Animationsfilm dazu, den ich auch kenne und alles, was ich jetzt hier schon von Lauras Stern gehört habe, ist, dass der für einen Kinderfilm überraschend gut aussieht und gerade so diese Lichteffekte, die bei dem glänzenden Stern irgendwo vom Nachthimmel, der irgendwie ins Kinderzimmer kommt und so, ganz hübsch geworden sind. Nichts Genaues dazu weiß ich nicht. Keine Ahnung, habt ihr noch irgendwelche Infos dazu oder wartet ihr auch auf Lieders Solo? Wir warten. Ja, ich bin auf demselben Wissensstand wie du. Ich war mir ziemlich sicher, dass es so vor 20 Jahren mal schon mal einen Film gab und hab mich auch wieder Zeichentrick, jetzt die Al- Eine Fernsehere, ne? Ja, Realfilm, soweit ich weiß. Ja, genau. Genau, genau. Und da muss man jetzt sagen, um mal den Bogen zu schlagen, bei Plan A fragt man sich, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für die VÖ und bei Lauras Stern, also Kinderfilme zur Weihnachtszeit? Wenn jetzt nicht scheiß Pandemie wäre, ginge das halt immer. Ich bin gespannt, wie der sich legt an der Kasse. Jo. Dann möchte ich gerne zumindest der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass es noch zwei weitere Filme gibt, zu denen werden wir leider nichts haben. Das ist zum einen Dokumentation Sing Me a Song. Da geht es wohl irgendwie um, ich lese euch hier mal was vor, als das Internet endlich im winzigen Bhutan ankommt, ist der Dokumentarfilmer Thomas Balmes dort, um seine transformativen Auswirkungen auf einen jungen buddhistischen Mönch zu erleben, dessen anfängliche Besorgnis einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit der Technologie die Platz macht. Weißt du Bescheid. Wir können dich leider nichts zu beitragen, nur der Vollständigkeit halber, dass es kommen wird. Und dann gibt es noch eine Doku, die wohl ums Skifahren geht und generell Borden und hast du nicht gesehen. La Liste, Everything or Nothing. Wenn ihr das gesehen habt, sagt uns mal, wie es war. Das sind die vier Filme, zu denen wir noch nichts haben in dieser Ausgabe, aber es gibt noch eine ganze Menge weiteren geilen Scheiß. Unter anderem geht es auch noch sinnlich zu, lieber Stu, richtig? Du hast Passion Simple geguckt. Ja, es geht aber nicht sinnlich zu. Das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Es geht nicht sinnlich zu. Jetzt erzählt es immer sinnlich. Ja, Passion Simple. Ich habe ja schon gesagt, zu Beginn dieser Folge, dass ich nicht so der Fan von französischen Komödien bin. Anscheinend gibt es auch französische Dramen, die mir nicht liegen. So wie dieses. Es geht um eine Frau, die eine Affäre beginnt mit einem russischen Diplomaten und sie verfällt ihm vollkommen. Sie denkt nur noch an ihn. Mit Autofahrer. Und ja, und dann lässt er sie fallen und dann ist sie halt schlecht gelaunt. Ich mache es kurz. Ich hätte nicht gedacht, dass, ich würde sagen, von den 90 Minuten sind 60 Minuten Pimpern, dass mir Dauerpimpern, und dass es so öde sein könnte. Wirklich. Dieser Film war schrecklich. Ich bin ja schon so ein bisschen dabei, so meine Tops und Flops des Jahres zu sortieren. Ein paar Tage haben wir das ja noch, aber dieser Film wird es sehr wahrscheinlich in meinem Flopten schaffen. Ich fand ihn nicht nur unglaublich öde, ich fand ihn auch wirklich schlecht gemacht. Denn im Prinzip besteht der Film aus zwei Arten von Szenen. Das eine ist Pimpern. Nicht besonders erotisch sei, da hast du dazu gesagt. Denn, das muss man auch mal sagen, das ist echt was so, sagen wir mal so, männliche Dominanz mag ein Mittel in der Sexualität sein, aber so wie das der Film darstellt, ist das ja so einseitig, dass man schon manchmal das Gefühl hat, hm, ist das jetzt kurz vor, ich will das große Wort Vergewaltigung nicht sagen, aber es ist schon, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die Erotik ist jetzt überhaupt nicht gegeben, wenn eigentlich der eine Partner nur nimmt und der andere Partner eigentlich nur gibt. Ja, ich will ehrlich sein, ich hab darauf irgendwann gar nicht mehr geachtet. Das war halt einfach, okay, da liegen wieder zwei Fleischbecker aufeinander und stöhnen rum. Also, okay, von mir aus. Also, wie gesagt, dieser Film besteht aus zwei Arten von Szenen. Das eine ist das Pimpern und das andere ist, dass sie Gedanken verloren durch die Stadt rennt. Und damit wir als Zuschauer auch genau wissen, wie gerade ihr Gefühlsleben ist, hört man einen passenden Song, wo es um ihre Gefühle geht, der auch untertitelt ist. Und das, ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, ja, warum nehmt ihr dann eine Schauspielerin? Er könnte ja auch irgendwie, was ich, Gummi oder sowas nehmen oder, ja, genau, ein Kondom. Ein Kondom irgendwo hinschmeißen, dann diesen Song drüber legen und das hat er dieselbe. Also wirklich, das ist, ich fand's furchtbar, wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja, also, der Film hat auch wirklich nicht mehr als unsere paar Minuten hier verdient, damit die Leute vielleicht, also es klingt jetzt böser, als man auch vielleicht sein sollte, aber ich finde ja, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Guckt ihn euch bitte nicht an. Also das ist wirklich ein Film, ihr könnt da auch genauso gut irgendwie an die 90er RTL 2 Abende denken. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Und dass sowas, wir haben das gestern auch schon mal geklärt, dass du und ich, oder versucht zu erörtern, warum sowas überhaupt ins Kino kommt. Und das kann eigentlich nur so wie früher Stupid Money sein, dass da irgendwelche Verleiher sagen, ja komm, jetzt versendet's halt und der Regisseur und die Produktion wollt, dass das ins Kino kommt, jetzt mach's halt und dann ist gut. Weil das ist wirklich, das sind 97 Minuten, glaube ich, und das ist so zäh und so langweilig. Und geiler Randeffekt noch, um eine Sache noch zur Geschichte zu erzählen. Es ist ja eine, glaube ich, eine alleinerziehende Mutter und der Erzeuger, muss man ja fast sagen, der kommt erst auf die Bildfläche, als, korreier mich, wenn's falsch ist, als es eigentlich schon, als er genau, als er mal in die Verantwortung kommt, dass sein Sohn mal bei ihm sich meldet und bei ihm wohnt. Also so nach dem Motto, jetzt wohnt das Kind bei mir, was ist denn mit meiner Ollen los? Oder mit meiner ehemaligen Ollen? Und da denke ich dann echt, also das ist schon so schlecht geschrieben und so, so billig geschrieben. Habt ihr es nicht ein bisschen, habt ihr es nicht, zumindest ein bisschen kreativer, aber nein, der Film war das nicht. Das Kreativste sind, glaube ich, die Sprachwechsel. Wir haben den ja der OV gesehen, das heißt, der Russe spricht dann mal Französisch, dann spricht er wieder Englisch und dann spricht sie auch auf einmal Englisch. Ja, das ist das, was ich eigentlich, das hat mich in Anführungsstrichen fasziniert. Und der Sohn der Hauptperson heißt Paul. Ja, das ist das Beste am Film. Ja, hat jetzt nicht so gepriggelt, merke ich schon. Ja. Man muss eine scheiß Kindheit gehabt haben. Wobei, jetzt muss man doch sagen, wenn man jetzt den Namen Simple, wir haben uns gestern auch gefragt, ob er A Passion Simple oder Simple Passion heißt, aber es ist natürlich auch, er sagt es ja schon im Titel, als einfache Leidenschaft. Sehr einfach. Ja, das ist richtig. Ich habe mir den trotzdem ja aufgeschrieben. Ist das so ein Film, wenn man den als 13-Jähriger neben seinen Eltern ist einem unangenehm? Nein. Nein. Da muss das Bild schon so, wie früher bei Premiere, schon so vergrisselt sein, dass man denkt, dass da irgendwas Tolles passiert, aber nein. Okay, man kann vielleicht das dem Film zugute halten, es ist jetzt kein Hochglanzgeficke, es ist jetzt kein Softporno. Nein, weil der Handwerk ist ja auch natürlich schlecht gemacht. aus. Das hältst du dem zugute? Ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass das unbedingt, also total, bei den Szenen mit der Musik stimme ich es nur zu, das ist halt, das wirkt halt also gesetzt und so, aber ich finde, man merkt ein bisschen an, dass die Regisseurin vielleicht oder der Regisseur vorher im, ich weiß gerade nicht, ob es Mann auf raus, im Dokumentarfilmbereich so ein bisschen tätig war, weil sie einfach Szenen und Dinge ganz einfach nur einfängt oder einfach nur abfilmt. Das ist jetzt für den Zuschauer halt jetzt nicht immer so unterhaltsam oder so packend, wie es hätte sein können. Ich fand auch die Schauspieler, die haben ihre Sache, naja, gut, aber die hätten bestimmt auch noch mehr rausholen können, wenn man sie irgendwie gelassen hätte, ja. Gedankenspiele, stellt euch Passion Simple vor, inszeniert von den Machern von What's Upon a Time in Battle. Und dann in anderthalbfacher Geschwindigkeit bin ich dabei. Ja, genau. Also keine Empfehlung für irgendwen oder könnt ihr euch irgendeine Zielgruppe ausdenken. Die Welt ist groß, da wird es garantiert Leute geben, die das ansprechend finden, die aber irgendwas mitnehmen können, es sei ihnen gegönnt, aber ich für meinen Teil kann sagen, ich fand den wirklich furchtbar. Ja. Okay. Gleichgültigkeit ist eigentlich das Beste, was man zu diesem Film empfinden kann. Ja, ich schätze, okay, alles klar, cool. Danke dafür. Ich glaube, Andi wollte noch eine Nachfrage stellen, ob das was für ihn ist. Also ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es andere Filme, die vielleicht in eine innere Richtung gehen und einen besser anschließen könnten. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja ein Film, der bedient ja auch irgendwie Genre und so. Habt ihr denn zufällig auch die schnelle Alternativen, die ihr vorschlagen würdet, die irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen, aber deutlich besser ankommen? Heidi Heidart 2. Würde mir spontan Louisie Miles Verhängnis mit Jeremy Irons und Juliette Benoche einfallen. Ja, Klassiker, neuneinhalb Wochen. Also, bin ja ein Kind der 80er, finde ich nach wie vor dann einen interessanteren Film als das. Alles von Adrian Lin. Was ja eine Fortsetzung ist, ist die vierte Staffel von Star Trek Discovery und das ist ja so eine Serie, auf die hab ich irgendwie schon so ein bisschen Bock gehabt und jetzt kam die vierte Staffel irgendwie nicht auf Netflix. Das war irgendwie blöd. Und ich konnte jetzt woanders gucken, hätte ich tun können, irgendwie im linearen Fernsehen. Stimmt das, Paul? Ja, auf Pluto TV. Ja, nehm ich mal bitte als Anti-Tracking mit. Was war denn das? Oder was ist das denn für eine Frau Öder? Ich hatte auch, als ich das erste Mal gelesen habe, hab ich mir gedacht, was zur Hölle ist Pluto TV? Und Pluto TV ist eigentlich eine Seite, die kann man sich ganz einfach, gibt auch eine App, kann man sich runterladen oder kann man im Internet aufrufen und dann laufen dort. Da gibt's verschiedene Channels, unter anderem ein Star Trek-Channel, wo die ganzen Tag Star Trek-Serien laufen, also gerade zur Zeit eigentlich nur Enterprise und Discovery. Und da kann man jetzt jeden Freitag um 21 Uhr die neue Folge der vierten Staffel von Star Trek Discovery sehen und dann halt am Samstag und Sonntag kommt die Wiederholung und nächste Woche dann die nächste Folge. Für Umme oder was? Ja, aber halt nur 21 Uhr beziehungsweise dann an den Folgetagen auch. Es gibt gar keine Mediathek-Funktionen, ne? Ne. Gibt's gar nicht, Schande. Aber man kann das auf Prime Video auf jeden Fall auch kaufen auf Amazon, gibt's die auch. Für circa 20 Euro könnt ihr die ganze Staffel kaufen und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen hab ich bei der dritten Staffel schon gemerkt, dass es definitiv ein Fehler war, jede Woche eine Folge zu gucken, weil dann die Schwächen der jeweiligen Story vor allem, die Plotholes auffallen und vor allem auch die teilweise sehr schlechten Dialoge. Ich glaube, das ist so eine Serie, die profitiert davon, wenn man sich an einem Stück so reinballert. Wie war denn so dein Eindruck von den ersten beiden Folgen, die du ja gesehen hast zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, man muss dazu sagen, man hat halt nicht so viel Chance und bei mir hat gerade bei der zweiten Episode auch der Stream gehangen. Das heißt, ich hab von der zweiten Episode dann nicht mehr so viel mitbekommen, aber mein erster Eindruck war, es fühlt sich halt an wie eine neue Staffel. Es hat dieselben, es ist optisch, finde ich, sieht es echt gut aus. Man hat wieder viele Ideen, die die Welt vielleicht noch weiter ausstaffieren. Wir sind ja jetzt, für alle Trekkies, wir sind jetzt in der fernen Zukunft und schauen jetzt an, wie es dort jetzt weitergeht mit dem, in Anführungszeichen, Wiederaufbau oder so. Und die Opening-Sequenz der ersten Folge hat mich tatsächlich an Lower Decks erinnert. Also ich hätte mir vorstellen können, dass diese Begegnung, die dort stattfindet, eins zu eins auch aus einer Folge Star Trek Lower Decks hätte sein können. Von ihrer, ja, keine Ahnung, von ihrem Charakterdesign oder von ihrer so ein bisschen, es wirkte auf mich irgendwie so ein bisschen trashig oder ich musste schon schmunzeln, als ich diese Aliens oder ihre Besonderheiten da gesehen habe oder ihren Erstkontakt, wie der da hergestellt wird. Ansonsten bin ich bis jetzt erst mal, ich schaue jetzt, wohin die Reise geht. Auch dieses Phänomen, was man schon im Trailer gesehen hat, das wird auch schon direkt eingeführt. Mal sehen, wohin die Reise geht und was die Charaktere denn diese Staffel dann alles mit sich anzufangen müssen. Wirst du weiter gucken oder wirst du warten oder weil ich meine, du hast dich die dritte ja nicht gesehen. Ah, also ja, das Ding ist, eigentlich wollte ich jetzt, ich habe mir vorgenommen, du machst es mal wie, wie früher. Ja, wie vor jetzt genau. Setze dich jetzt mal, jede Woche hin und guck es jetzt an. Ich sage mal so, letztes Wochenende habe ich die dritte Folge verpasst. Also ich bin jetzt schon nicht mehr up to date. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Ich wäre nächste Woche, wenn ich daran denke und ich hoffe, das werde ich, weil eigentlich habe ich Bock und sobald du dir die Pluto TV App auf dem Handy installierst, wirst du auch daran erinnert. Da kriegst du dann jeden Freitag oder Samstag kriegst du, hey, letzte Chance, schauen sie sich jetzt Star Trek Discovery an. Und wenn ich dann wieder darauf anspringe, dann werde ich da auch weiter gucken. Also eigentlich habe ich schon Bock. Oder, ja. Ja. Also es ist einfach jetzt ganz spannend, wie man das da gemacht hat. Auch wie kurzfristig es hier die Änderung gab, dass das Ganze nicht auf Netflix laufen wird. Wir haben mal eben allen außerhalb der Staaten ansässigen Star Trek Fans einmal mit beiden Händen quer ins Gesicht gelangt hat. Das war schon ganz übel und auch ganz schlecht kommuniziert. Und man weiß gar nicht, auf wem man jetzt wirklich sauer sein soll. Ich vermute am nächsten Mal Paramount. Das war, also das war auch eine totale Überraschung, weil es ja auch so kurzfristig war. Und dass dann aber ebenso kurzfristig plötzlich die Option im Raum stand, ey, ja, ihr könnt das einfach so hier auf Pluto TV gucken. Also halt live, aber ihr müsst ja nichts bezahlen, nichts abonnieren, nichts. Das könnt ihr dort einfach gucken. Okay, ich versuche dran zu bleiben. Ja, danke für den ersten Eindruck. Und falls ihr schon was mehr gesehen habt von der Serie, dann sagt uns mal Bescheid. Ich glaube, es gibt auch eine Menge Leute, die haben es abgebrochen. Aber was ich gehört habe, ist es zum einen, ist wirklich das Hübscheste, was man von Star Trek je hat sehen können. Das ist auf Filmniveau sehr schön. Und ich sage mal so, wem Staffel 3 gefallen hat, dem wird vermutlich auch Staffel 4 gefallen. Das ist das, was ich schon woanders gelesen hatte. Paul, wo wir doch gerade bei dir sind, lass doch mal weitermachen, denn du hattest mich vor einigen Wochen mal proaktiv angeschrieben. Hier, da ist dieses eine Festival, von dem du garantiert noch nie gehört hast. Lass doch mal anschreiben. Und das habe ich dann gemacht. Viel zu spät, aber immerhin. Und es kam die Gelegenheit rein, dass du da was zu machen kannst. Erzähl mal, wie heißt das Festival? Worum geht's? Ja, das ist das Around the World in 14 Films Festival. Das ist ein unabhängiges Filmfestival, was jährlich in Berlin stattfindet. Und an zehn Tagen werden da eben herausragende Werke, die es aktuell so im Weltkino zu sehen gibt. Da läuft zum Beispiel der neue Film von Petro Almodovar, hier Parallele Mütter. Da läuft der neue Film von dem Macher von Florida Project. Mir ist sein Name entfallen. Der Film heißt jedenfalls Red Rocket. Oder da läuft auch der neue Film von Gaspar Noé. Da Cortex? Nee, Quatsch. Cortex nicht. Ich habe auch den Namen vergessen. Verdammt. Cortex. Jedenfalls. Genau. Und der Registrier heißt Sean Baker. Gerne geschehen. Dankeschön. Kleine Punkt. Wo bist du? Ich sag doch, Stütze. Träger des Tele-Stand-Tisch. Egal. Genau. Um die soll es jetzt aber nicht gehen, weil ich ehrlich gesagt noch keinen davon sehen konnte. Und es auch, wie gesagt, mit der Zeit so ein bisschen knapp war. Dafür aber konnte ich immerhin noch zwei andere Filme sehen, über die ich jetzt auch noch kurz sprechen möchte. Über die ich auch sehr froh bin, dass ich trotzdem irgendwie die Möglichkeit hätte. Und vielleicht fallen euch ja noch ein paar Fragen ein. Vielleicht noch kurz zum Festival. Das findet nämlich aktuell noch statt. Noch bis zum 11. Dezember. Also, falls ihr da irgendwo in der Nähe von Berlin oder in Berlin wohnt, dann schaut doch da mal vorbei. Die beiden Filme, die ich jetzt auch kurz vorstellen werde, die laufen auch. Die haben noch ihre Vorstellungstermine. Und ja, ein Film, der erste, mit dem ich jetzt mal anfange, ist One Second. Das ist der neue Film, oder beziehungsweise stimmt nicht ganz, aber einer der neuen Filme von dem chinesischen Regisseur Sang Yimou. Einen der größten chinesischen Filmemacher, denke ich, kann man sagen. Auch einer der erfolgreichsten seiner Generation, der einige richtig starke Filme gemacht hat. Wie zum Beispiel Rote Laterne, der aber auch schon, ich habe jetzt nicht alles von ihm gesehen, aber mindestens einen, wie ich finde, richtig miesen Film gemacht hat. Nämlich The Great Wall mit Matt Damon. Von, weiß ich nicht, fünf Jahren bis jetzt, glaube ich, her. Aber eine amerikanisch-chinesische Koproduktion. Das hier ist jetzt wieder ein Film, eine rein chinesische Produktion, die ursprünglich schon 2019 im Wettbewerb von der Berlinale da stattfinden sollte. Ja, der wurde damals aufgrund technischer Probleme, gut, man hat jetzt die Anführungszeichen nicht gesehen, aber vielleicht hat man sie gehört, zurückgezogen. Hat man gehört. Das war damals schon so ein bisschen schwammig. Warum wird der jetzt genau zurückgezogen? Sowas gab es wohl in der Geschichte des Festivals noch nie. Das geschah dann auch noch ein, zweimal, dass dieser Film dann von irgendwelchen Wettbewerben oder von irgendwelchen Filmvorführungen dann doch zurückgezogen wurde. Und jetzt dann in einer nochmal nachbearbeiteten und es muss auch nochmal nachgedrehten Version jetzt dann doch irgendwie den Weg zu sich findet. Inwiefern, wie gesagt, keine Ahnung, irgendwelche Zensurmechanismen von China oder was weiß ich da mit zu tun kann. Das kann man zur Zeit munkeln. Worum geht es? Wir befinden uns in China in den 1970er Jahren, zur Zeit der Kulturrevolution. Und wir verfolgen die Geschichte eines Häftlings, der ist aus einem Arbeitslager geflohen und will unter allen Umständen eine Filmrolle mit einer ganz bestimmten Filmsequenz bekommen. In dieser Filmszene, da sieht man nämlich ein letztes Mal seine bereits verstorbene Tochter in so einer Art Wochenschau. Und deswegen will er unbedingt diesen einen Ausschnitt nochmal sehen, der aber eigentlich nicht viel länger als eine Sekunde geht, daher auch der Titel. Und hinzu kommt dann noch die Geschichte eines weißen Mädchens und so weiter und dann kommen diese Geschichten zueinander und es geht viel um die Liebe zum Film. Es geht auch um die Macht des Films, vielleicht auch so Mechanismen, die dahinter wirken und das alles sehr schön gefilmt. Also es gibt hier zwei zentrale Handlungsorte, nämlich einmal die Wüste, die wirklich sehr schön aussieht. Also so in Wüstenbildern macht er wirklich da Dune, oh, das sah hier schon ganz fein aus. Und auf der anderen Seite so ein kleines Dörfchen, in dem Filme vorgeführt werden, was schon ein bisschen was Nostalgisches hat oder was Traditionelles. Und ein Film, der mir gefallen hat und der dann doch eher in die Richtung der guten Filme von Chang'e-Mu geht und dann nicht so viel oder eigentlich gar nichts von The Great Wall etc. und so weiter hat. Also, ist das, ist das, wie ist denn der Unterhaltungswert? Für so jemanden wie mich, der sich als die grobe Masse bezeichnet, ist das ein Grund für mich zum Festival zu gehen? Hm, ja, also der spielt so ein bisschen natürlich auch mit dieser, mit dieser Liebe zum Medium Film. Ich weiß nicht, wie du so, ich weiß nicht, oder ist du, du, dir wird ja sicher was sagen, Cinema Paradiso. Ja. Das ist so ein bisschen so, diese Färbung, die hat er auch ein bisschen, nicht ganz so krass, weil Cinema Paradiso ist ja wirklich so, ach, fast Wohlfühlkino so für Cineasten. Das hat er hier auch, zum Beispiel gibt es hier so das Sezieren dieses Prozesses eines Films, so einer Filmrolle. Die Filmrolle ist verstaubt, die muss, der Film muss geputzt werden, der muss ganz vorsichtig, muss der mit Luft, äh, mit so Fächern abgetrocknet werden und so. Dieser Prozess, der hat schon was, also es ist schon was für Cinefile. Es wird wenig gesprochen, es sind noch relativ lange Einstellungen, also man muss sich schon auf eine Art und Weise einlassen können, aber ich glaube, von dem Regisseur halte ich den noch mit, zumindest von den Filmen, die ich bisher gesehen habe, mit am zugänglichsten. Voll die gute Situation, ich habe nämlich hier in der Summe vier, also drei Leute sitzen, die alle geübte Moderatoren sind. Timo, Stuh, habt ihr da, was fällt euch ein zu diesem Film? Was interessiert euch? Die Frage ist, ob der eigentlich auf die Watchlist kommen sollte, ne? Andi sagt ja, breite Masse. Ist das denn eher so was für den Arthouse-Cineasten oder ist das was für, für auch mal zwischendurch, um ein bisschen was zu gucken? Äh, nee, also für zwischendurch würde ich sagen, ist das nichts. Ich würde schon sagen, dass man sich auf diesen Film einlassen muss. Ich könnte ihn wahrscheinlich auch zwischendurch so ein bisschen schauen, aber er hat halt diesen Unterhaltungswert, den zieht er halt eben zum Beispiel aus dieser Liebe zum Film, aber auch aus ganz dezenten Charakteren. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier ganz groß die Hintergrundgeschichte bekommt, aber trotzdem sind diese Figur, also trotzdem ist man irgendwie involviert oder vor allem dann bei den Zusammenbrüchen irgendwie der Hauptfigur. Und wie gesagt, vielleicht noch am Essen dann durch die Bilder, weil die finde ich zumindest schon sehr catchy, auch dann mit dem, äh, mit den Projektionen und dann stehen eben Figuren in den Projektionen und das Licht splittet sich so hinter ihrem Rücken, was ja auch ein bekanntes Bild ist, aber ich finde es halt immer wieder toll. Ähm, aber ja, für so eine Zielgruppe ist das. Okay. Faszinierend ist ja diese Veröffentlichungsgeschichte, die du zu Beginn erzählt hattest, dass es ja irgendwie länger nicht ins Kino kam und dann kam er und so. Also das könnte ja eines der Highlights beim Around the World in 14 Films Festival sein. Hm, weiß ich nicht, ob es tatsächlich eines der größten Highlights, aber es ist auf jeden Fall so ein, es ist wieder so mal so eine Version, wo halt ein Regisseur ein, ja, ich will es nicht gleich Liebeserklärung nennen, aber so sich sein Medium einfach auch annimmt, da eine Geschichte drum spinnt und gleichzeitig halt so ein bisschen guckt. Ach, es ist schon schön. Er geht zwar auch so auf die, zum Beispiel, ähm, ja, sehr patriotische Filme, die damals zu der Zeit eben in China oder so gezeigt wurden, geht er auch so mit ein. Also er verherrlicht das oder er, äh, äh, verschönigt oder verharmlost oder was weiß ich das jetzt nicht oder klatscht das mit Filmen, popkulturellen Zitaten zu. Aber so, ich fand ihn gut anzuschauen. Das ist ja die Deutschlandpremiere hier bei dem Festival, der lief noch nirgends. Ich weiß gar nicht, ob der schon einen Verleih hat und ob der einen richtigen deutschen Starttermin hat. Weißt du da was? Ich glaube, dass ich einen Verleih hatte, weil ich war auf der Seite, äh, der Screener war auf einer Verleihseite. Ach nee, Quatsch, den habe ich von einer, äh, ich weiß gar nicht, ob ich, das war doch bestimmt, von einer Pressedame von Mubi zugesendet bekommen. Ähm, vielleicht schlägt der ja da nächstes Jahr oder so irgendwann auf. Interessant, dass die auch solche Filme abnehmen. Das wusste ich gar nicht. Ja, klasse. Und der zweite Film, den du gesehen hast, was war das? Der zweite Film, oh Gott, jetzt führe ich meinen Monolog hier, ähm, äh, noch weiter. Ja, aber der hängt ja gebannt an deinen Lippen. Zu Hit the Road. Der hat eine nicht minder interessante Hintergrundgeschichte. Das ist nämlich der Film von, und ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, aber eigentlich, ist ja ganz ausgeschrieben einfach, äh, Pana Panahi. Und das ist der Sohn von Jafar Panahi, der wiederum einer der wichtigsten iranischen Filmemacher ist. Der, äh, oder bitte, dem, ist aber 2010 in seinem Land, äh, unter anderem ein 20-jähriges Berufsverbot auferlegt worden. Er darf auch nicht reisen, er darf keine Interviews geben und so weiter, weil er sich davor auch immer wieder mal kritisch mit Politik und Gesellschaft, äh, im Iran und so weiter auseinandergesetzt hat. Mit vielleicht am bekanntesten, äh, ist sein, äh, zweitneuester Film, ist es, glaube ich, äh, Taxi Teheran. Und dessen Sohn, quasi, der gibt hier sein Langfilm-Debüt. Also, lustigerweise auch ein Film, der, also, es ist ein Road-Movie eigentlich. Es ist ein Road-Movie von, oder eine Geschichte rund um eine Familie, die mit einem Auto zu einem bestimmten Ziel unterwegs ist, da in der weiten Landschaft des iranischen Nordens, was auch wieder sehr schön aussieht. Und eben auf dieser endlosen Reise, da beleuchtet der Film eben vier Familienmitglieder, Mutter, Vater und zwei Söhne. Und eben, ja, deren Beziehungen untereinander und vielleicht auch deren Einstellungen, deren Beweggründe. Was geschieht eigentlich? Wohin sind die unterwegs? Warum machen die das alles? Und ich finde, dieser Film zeichnet diesen Kosmos dieser kleinen Familie richtig gut. Aber erst immer innerhalb dieses eben sehr eingeengten Autos. Und dann in der zweiten Hälfte, da bricht das Ganze dann so noch ein bisschen mehr auf. Da gibt es dann richtig große, weite Bilder. Und gerade ein Schlüsselmoment dieses Films, der findet dann aus einer fast unerträglichen Distanz statt, dass ich sagen muss, oh, dieser Film, der hat auch eine ganz besondere Wirkung hinterlassen. Das klingt für mich wie so eine Mischung aus Little Miss Sunshine und Willkommen in Alemannia, wenn du die kennst. Ja, ein bisschen, ja, ja, doch. Also zumindest den ersten Little Miss Sunshine. Und ja, tatsächlich hat es was, es ist jetzt weniger Komödie. Genau, also wie eine eher, ist das eine melancholische, dramatische, melodramatische Szenerie? Ich habe das noch nicht so ganz. Ja, nicht so sehr melodramatisch, weil er hat jetzt nicht so diese überdramatisierten Stilmittel. Also er hat jetzt nicht die große, er arbeitet zwar zum Beispiel mit Musik von Schubert war es, glaube ich. Lass ja immer mal ein Klavierstück anklingen. Aber jetzt nicht so diese großen Dramen, sondern das ist alles eher subtiler gestaltet. Und ein bisschen Witz ist vielleicht sogar in der einen oder anderen Situation auch mal dabei. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Tatsächlich habe ich von dem Jafar Panahai sogar mal was gesehen. Der hat nämlich auch was gemacht, da haben es drei Gesichter. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den haben wir hier beim Tele-Standisch besprochen. Der aktuellste, ja. Das ist 2018 ist der. Danach gab es so eine Handvoll-Taktion und so. Ja, tatsächlich ist es ja, also irgendwie diesen Taxi Teheran habe ich, glaube ich, den hat er damals irgendwie nach Deutschland dann schmuggeln lassen, weil er sitzt halt sozusagen im Iran fest und kann ja auch nicht raus. Bei ihm, ich weiß es gar nicht, ob es bei dem dann ähnlich war oder ob man das mittlerweile irgendwie anders einfach verschicken kann oder so. Aber ja. Ja, ich glaube, diese drei Gesichter, der hat nämlich den Film offiziell auch gar nicht gedreht, glaube ich. Der hat einfach Taxi gefahren und rein zufällig saßen diese beiden Schauspielerinnen mit im Auto. So, weißt du, so in dem Sinne. Und dann hat er halt diese Aufnahmen davon in seiner Wohnung halt geschnitten und dann das Ganze, da gibt es auch, wie du sagst, diese Dokumentationen oder diese Selbstvideos von ihm, wie er halt so arbeitet und wie er das alles halt, naja, versteckt quasi in irgendwelchen Torten und in Büchern so ein bisschen wie aus dem Knast Dinge rein- und rausschmuggeln. Das ist faszinierend und erschreckend zugleich. Ja, ja, definitiv. Ja, also wie gesagt, ein schöner kleiner Film mit vielen kleinen Momenten und Beobachtungen. Der spricht nachdenkliche Themen an, ist aber trotzdem nie so von seiner Schwere erschlagen, nenne ich es mal. Und ich finde auch, also die Schauspieler, die machen das auch alle toll. Und vor allen Dingen gibt es hier einen Jungdarsteller, der irgendwie so viel Energie hat, dass du denkst, der springt dir jeden Moment irgendwie vom Bildschirm runter oder so. Na cool, du hast mich gehuckt. Also ich weiß nicht, wie es den HörerInnen geht, aber ich habe jetzt Bock auf den Film. Sehr gut. Ja Mensch, vielen Dank. Ich glaube, es gab eine Serie, die hast du vor kurzem geguckt und zwar so enorm, dass er sie uneingeschränkt empfehlen wollte. Sie läuft auf Netflix. Worum geht's? Ja, ich habe gestern War geguckt von Netflix, produziert von David Pryor und David Fincher. David Pryor kennt ihr vielleicht, der hat zuletzt The Empty Man inszeniert und hat früher sein Geld damit verdient, dass er Behind-the-Scenes-Material von David Fincher-Filmen erstellt hat. Und worum geht's in War? Ja, es ist eine, ich würde sagen, Doku-Serie, passt. Ich würde sagen, es sind visuelle Essays über das Kino und über das Filmemachen oder über Filme. Jede Folge ist ein anderer Mensch im Fokus und der erzählt halt einfach etwas über einen speziellen Film oder über eine spezielle Filmthematik. Die erste Folge, da redet zum Beispiel die in den USA sehr bekannte Bloggerin Sascha Stone über der weiße Hai, wie dieser Film sie damals als Kind geprägt hat. Und in der zweiten Folge geht's zum Beispiel um Rache-Filme. Ich will's hier kurz halten, ich fand's fantastisch. Ich bin sowieso ein großer Fan von gut gemachten visuellen Essays über Film und Kino. Hat mich komplett begeistert, von vorne bis hinten. Es sind sechs Folgen nur, wobei in der Kürze liegt die Würze. Pro Folge geht das so 15 bis 20 Minuten und ich find die Themen, die da angesprochen werden, auch unglaublich interessant. Es geht zum Beispiel auch um die Frage, warum ist es eigentlich gar nicht mal so wichtig, dass man eine Figur sympathisch findet? Wieso gibt's noch viele wichtige Kriterien? Und für mich ganz klar ein Highlight im Winterkatalog von Netflix. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hast du da was bei gelernt? Wie bitte? Mich würde mich interessieren, ob du da wirklich noch was bei gelernt hast, Stu. Ob das für dich neue Dinge waren, die du da erfahren hast, oder ob die einfach nur schön zusammengefasst wurden? Es geht nicht unbedingt darum, dass man da was Neues lernt. Es geht ja vor allem um die Sichtweisen der Person, die dieses Essay gemacht hat. Also es gibt ein Essay, da wird zum Beispiel der Film nur 48 Stunden herangezogen. Ein Film, den ich persönlich gar nicht so toll finde. Aber diese Person, der den, ich sag es mal, rezensiert, was nicht so ganz stimmt, erzählt aber, dass dieser Film so profaner ist, wirklich etwas, eine Lehrstunde zum Thema Rassismus im Film bietet. Und zwar, wie man Rassismus umgehen kann oder wie man damit umgehen kann. Und diese Person, die diesen Film rezensiert, ist ein amerikanischer, Chinese-Japaner, ich bin mir gerade unsicher, aber ein US-Asiate, nenne ich es einfach mal. Und deswegen, es geht nicht darum, dass diese Serie einem beibringt, okay, mit dieser Linse macht man diese Art von Bildern und wenn man so schneidet, erreicht man diesen Effekt. Es ist schon was sehr Persönliches. Aber natürlich gibt es hin und wieder auch ein paar Sachen, die man dann lernt. Zum Beispiel, warum funktionieren Rachefilme so gut? Warum sind wir so geeicht darauf, auf diese Rachengeschichten? Und warum sind die so befriedigend für uns? Ja, also bevor die HörerInnen auch denken, you lost me at filmischer Essay. Das ist wirklich eine gut gemachte Dokumentation, das Wort Essaypasta, also filmischer Essaypasta. Und ist gleichzeitig so ein bisschen, ja doch, vielleicht nicht ganz hundertprozentig fitting, weil das, wie ich finde, einen unheimlichen Unterhaltungswert hat. Das mag an der Kürze liegen, das mag aber auch an den Themen liegen. Ich habe natürlich aber auch eine Frage mitgebracht, weil ich nicht alle Folgen gesehen habe. Ich habe nämlich die gesehen, wo ich die Filme dazu kannte oder wo mich das Thema interessiert. Es gibt ja auch eine Folge, in der es um die Entwicklung und die Unterschiede zwischen Film und Serie geht. Und da habe ich dir ja auch geschrieben, das hat so ein bisschen den Eindruck, als wäre es ein bisschen Werbung für Serialität. Und das ist ja für mich momentan eines der Themen, wenn ich so ans MCU denke, da habe ich momentan manchmal echt so meine Probleme mit. Ich bin ja auch, wie alle Tele-Stammtisch-HörerInnen eigentlich wissen sollten, nicht der größte Seriengucker. Also ich würde vielleicht auch eher sagen, vielleicht der kleinste im ganzen Team. Und deswegen frage ich mich natürlich, hat es diese Folge, also es ist für mich zum Beispiel eine interessante, aber dennoch eine sehr, sehr merkwürdige Folge, weil ich so das Gefühl habe, hier rechtfertigt sich Netflix ja auch indirekt so ein bisschen selber, warum sie so ein geiler Haufen sind und warum sie so ein Bunch of New Content jeden Monat kreieren. Aber hochgradig interessant. Ich habe, weil du auch schon gefragt hast, Andi, ob man da was lernen kann über die Weiße Hai-Episode, habe ich nicht viel gelernt, aber das ist wirklich, wie ich es dir auch schon sagte, es ist gar nicht der große Anspruch, sondern es ist eine total unterhaltsame, kurze Reise in eine Zeit, in eine Zeit und ein Zeitalter, was unheimlich interessant ist und was mir durch ja auch Spielszenen, die dazu geschnitten werden, wird mir das einfach sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr kurzweilig vermittelt, was Jaws für einen Impact hatte für eine Generation und was natürlich auch, das wird ja auch kritisch angemerkt, man sagt ja so, das ist der erste moderne Blockbuster aufgrund von Marketing, aufgrund von Entstehung und so weiter, was der aber auch natürlich für einen, ja, in Anführungszeichen Schaden angerichtet hat. Also ich bin auch total hooked, ich muss bei ein paar Folgen fragenst du, kann ich mir zum Beispiel die Folge über Lady Vengeance, über Rache und über Lawrence von Arabien, das sind nämlich zwei Filme, die ich noch nicht gesehen habe, kann ich mir die trotzdem angucken? Bringt es mir was? Es geht jetzt nicht im Speziellen, dass der Film erklärt, warum Lady Vengeance ein großartiger Film ist, was er übrigens wirklich ist, es geht ja wirklich um die Rache allgemein, also du wirst da ein paar Spoiler hören über den Film, auch bei Lawrence von Arabien, aber nicht in der Größe, dass ich glaube ich danach sage, danach kann ich den Film nicht mehr gucken. Deswegen, also klar, es hat einen Vorteil, wenn man die Filme kennt, ganz klar, gerade Lawrence von Arabien, weil da geht es halt eben um diese Sache, warum Lawrence von Arabien ein toller Charakter ist, obwohl er nicht sympathisch ist. Aber ja, es ist von Vorteil, aber es ist nicht zwingend notwendig. Meines Erachtens nach. Es klingt natürlich nach einem bösen Label, aber es ist so ein bisschen die Arthouse-Version der Movies That We Loved, ist das diese drei-staffelige Netflix-Doku? Ja, Movies That Made Us. That Made Us, genau. Und die sind halt wirklich mehr auf Trivia ausgelegt. Ja, genau. Also die sagen ja, weißt du was, bei Home Alone 1, da hinten in der Ecke, da steht übrigens der Regieassistent. Das erfährt man hier nicht. Also ich würde es mal so aussagen, War ist wirklich was für Cineasten, was ein sehr leidenschaftliches Projekt. Und ich finde, dass egal, welche Episode oder wer da gearbeitet hat in dieser Episode, man merkt auch die Leidenschaft. Und wenn ihr Bock drauf habt, aber vielleicht noch so einen kleinen Ansporn braucht, dann geht mal auf YouTube und sucht mal den Kanal Every Frame in Painting. Der wurde vor ein paar Jahren eingestellt, aber den kann man noch abrufen. Und ich glaube, zwei der Leute, die den gemacht haben, haben auch bei War mitgearbeitet. Wenn euch diese Videos gefallen, dann müsst ihr War einfach gucken. Dann werdet ihr damit wirklich eine verdammt gute Zeit haben. Eine verdammt gute Zeit hattest du, glaube ich, auch, als du dich, ich glaube, mit Kati unterhalten hast. Ich habe immer eine gute Zeit mit Kati. Also ich und Kati, wir sind Best Friends. Das ist was Besonderes. Kati, ich grüße dich. Die auch heute gerne dabei gewesen ist und garantiert bei einer der nächsten Ausgaben mit am Start ist. Und mit der hast du Greggs Tagebuch besprochen. Und wir haben jetzt gleich noch einen Einspieler, ein bisschen über sechs Minuten, den ihr beide aufgezeichnet habt. Da gehst du vermutlich auf alle wichtigen Themen ein, oder? Ich möchte jetzt hier einfach nur die Zeit noch nutzen, um mein Vergangenheits-Ich zu grüßen. Hallo, Vergangenheits-Ich. Das ist klar, dann hören wir jetzt mal rein. Während Greg Haffley von Idioten umzingelt ist, bin ich nicht umzingelt. Nur die Tatarina ist gerade hier. Hallo, Tatarina. Hi, heißt du. Wir zwei Hübschen konnten uns, wie ihr da draußen übrigens auch, Greggs Tagebuch von Idioten umzingelt angucken. Eine Art, ja, ich würde sagen Neuverfilmung der bekannten Buchreihe von Jeff Kinney. Ich glaube, auf eine Synopsis können wir, glaube ich, hier verzichten. Es geht halt einfach um Greg Haffley, einen kleinen Jungen, der seine erste Zeit in der Junior-Highschool so ein bisschen Revue passieren lässt. Und es basiert ja auf den Büchern von Jeff Kinney, glaube ich, heißt, oder Kinney, und du hast die gelesen, oder? Ja, vor ewiger Zeit, als wir die rausgekommen sind. Ich habe auch, also ich wusste so circa noch, um was es geht, dass sie halt in die Schule kommen und dort hat sie den Alltag irgendwie managt. Aber ich habe auch einen Detail dazu, absolut gar keine Erinnerungen mehr aus den Büchern. Ja, ich hingegen habe die Bücher nie gelesen, als die rauskamen, war ich schon zu alt. Ich kenne aber die vier Realfilme und die ersten drei finde ich wirklich gut. Der vierte ist kacke. Gibt übrigens auch bei Disney Plus da auch eine ganz klare Empfehlung von meinerseits. Und jetzt halt eben dieses, nennen wir es mal, Remake des ersten Films von Idioten umzingelt. Ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus. Dieser Animationsstil ist pottenhässlich. Findest du? Tut mir leid. Ich fand den Terms charmant. Ja, also man muss dazu sagen, dass diese Bücher ja auch illustriert sind. Und diese Illustrationen werden jetzt hier als 3D-Grafik halt, sag ich mal, lebendig. Und ich finde, das ist so eine Art von Zeichensstil, der auf dem Blatt Papier wunderbar funktioniert. Aber sobald du versuchst, diesen Figuren halt mit Bewegung oder auch Emotionen Leben einzuhauchen, finde ich, sieht das unglaublich platt aus. Es gibt einzelne Sequenzen, wo sie ja einfach dieses 2D animiert haben, so wie es im Buch ja auch zeichnet ist. Aber sonst diesen 3D-Animationsstil erinnert mich auch irgendwie an die Remakes von jetzt Link's Awakening in Pokémon. Aber ich fand den ganz charmant. Ich mochte den. Der ist so ein bisschen weicher alles. Ich fand den nicht schlimm. Nee, also mir hat der wirklich gar nicht zugesagt. Ich finde auch, dass der von der Qualität her nicht wirklich an große Kinoproduktionen heranreicht. Das soll's auch, glaube ich, gar nicht. Ich fand halt nur, dass dieser Animationsstil für mich schon so eine Art Hürde war. Und ich kannte halt den ersten Film, also den Realfilm. Und dieses Remake handelt das Ganze jetzt auch nochmal ab. Wohlgemerkt weitaus temporeicher, schneller. Denn diese Neuauflage geht ja gerade mal 60 Minuten. Der Kinofilm, der erste, ging, glaube ich, 100 Minuten. Und ich fand das auch ziemlich gehetzt. Ja, verstehe ich. Es passiert schon sehr viel dafür, dass es nur eine Stunde ist. Weil ich weiß, dass wir das ganze Buch da halt irgendwie reinpacken. Aber ich war auch froh, dass es dann nach einer Stunde auch irgendwie vorbei war. Weil, wenn man den Stoffeln auch schon... Ich hab den ersten Realfilm auch gesehen. Ich erkenne Bücher. Es ist, glaube ich, auch nicht wirklich irgendwas verloren gegangen dafür, dass es nur eine Stunde dauert. Also was ich halt eben bei den Filmen auch so schön finde, ist... Also bei den Originalfilmen, nenne ich sie jetzt mal. Dass du halt nicht nur Greg kennenlernst und seine Freunde, sondern auch seine Familie. Und gerade jetzt bei der Neuauflage, finde ich, wird sein Bruder halt kaum... Findet kaum Erwähnung. Seine Eltern werden auch kaum erwähnt. Und das sind so Sachen, die fand ich halt bei den ersten Filmen wirklich schön. Weil dadurch halt auch Gregs Welt so ein bisschen mehr ausgeformt wird. In dieser Neuauflage geht es ja wirklich nur um diesen... Ich nenne es mal Cosmos Junior High. Ja, das stimmt. Ich kann mich auch irgendwie auf einem Szenen aus dem Buch, glaube ich, erinnern, wo der Greg über seinen älteren Bruder redet. Und dass er so einen Buckel hat, weil seine Schuhdasche da und so schwer ist. Und der deswegen da und so herumrennt. Das fand im Film ja auch gar nicht statt. Aber es stimmt schon, das konzentriert sich nur sehr auf Greg und seinen besten Freund. Und irgendwie diesen Rupert und wie sie halt dieses erste Jahr oder halt die erste Zeit dort verbringen in der Schule. Was ich hingegen der Neuauflage anrechnen muss, aber das kann ich auch dem Originalfilm anrechnen. Ich erkenne da schon so ein paar Sachen auch von mir wieder. Also ich glaube, das kennt jeder in der Schule, dass man mit Leuten befreundet war, wo man eigentlich dachte, ich mag ihn oder sie zwar, aber die sind nicht cool genug. Ich versuche irgendwie doch bei den Coolen zu landen. Was natürlich dann meistens sträflich schief geht. Übrigens, liebe Leute, so landet man beim Tele-Stammtisch. Ja genau, das ist, man versucht cool zu sein, dann schaut man über Twitter und denkt sich so, hey, da könnte ich doch mitmachen. Ja, genau. Also um das vielleicht mal kurz zusammenzufassen, ich höre raus, dass du mit der Neuverfilmung doch mehr anfangen konntest als ich. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie ein bisschen moderner ist. Ich bin mir sicher, aber dieses Ganze auch mit den Handys und ein bisschen Social Media, was da einbracht wird, ich glaube, das ist in den Büchern nicht so. Das fand ich noch einen ganz netten Touch halt, auch wenn es nicht sehr viel ausbaut wird, aber fand ich trotzdem nett, dass es halt, wie es jetzt heutzutage ist, dass jeder ein Handy hat und dass halt jeder im Prinzip dann auch irgendwie vernetzt ist. Aber ich fand den jetzt nicht. Also der geht eine Stunde, fühlt sich nicht an wie ein Film, sondern eher wie eine Pilotfolge, keine Ahnung, von der Serie. Aber kann man machen, wenn man die Bücher mag oder den Realfilm. Also tut keinem weh. Ich für meinen Teil, ich fand halt einfach, dass es eine Kopie war des Originalfilms, wo halt ordentlich Sachen rausgeschnitten haben. Ich mochte den Animationsstil einfach nicht. Und deswegen, also ich war wirklich enttäuscht. Wobei ich jetzt auch wirklich wieder Bock habe, die drei ersten Filme zu gucken. Ich glaube, das wird so ein Unterfangen, das werde ich vielleicht so über Weihnachten machen, dass ich mir dann gemütlich angucke mit einem Glühwein oder so. Gott, mein Weihnachten wird so traurig. Na, egal. Katharina, es wird Zeit für ein Fazit. Wenn man Greggs Tagebuch kennt, dann weiß man, es gibt nur eine Art, wie man Punkte vergebt, nämlich mit Käse. Wie viele Käsescheiben gibst du Greggs Tagebuch von Idioten umzingelt? Dreieinhalb von fünf. Wie gesagt, genau das Mittelding. Kann man machen, muss man nicht. Okay. Ich gebe zwei von fünf. Will aber auch ehrlich sein, ich bin halt auch ein älteres Semester. Ich glaube, für Kinder ist das immer noch sehr spaßig. Aber ich habe jetzt nicht die Augen eines Kindes. Aus meiner subjektiven Warte, zwei von fünf Käsescheiben. Und damit sind wir am Ende. Ich gebe zurück in die Sendezentrale. Und Katharina, du darfst dich jetzt noch gerne verabschieden. Ciao, danke. Dankeschön, wie war es du. Aber der Vergangenheitsdu hat es drauf. Ja, muss ich auch sagen. Sexy, sexy Boy. Er hat vielleicht nur eine Sache vergessen. Und das war ein Gedanke, den ich nur dazu hatte. Die Kritik an den 70 Minuten. Ich fürchte, das ist ja so ein allgemeiner Trend bei Kinderfilmen und Animationsfilmen. Ich fürchte, das ist die Anpassung auf die Aufmerksamkeitsspanne von den jungen Dingern. Weil die einfach auch nach, die können nicht 100 Minuten still sitzen. Die können nach 70 Minuten, also die ist natürlich komplett verallgemeinert. Aber ich glaube, ihr wisst nur 60 Minuten. Wie bitte? Der Film geht nur 60 Minuten und ich habe keine Kinder. Deswegen ist es eine Thematik, die mir fremd ist. Dankeschön. Ich habe den Film voll verwechselt. Ich dachte, das wäre irgendwas mit Craigslist. Kennt ihr den? Das ist so ein Anzeigeting. Das hat damit gar nichts zu tun. Nein. Ich bin auch noch dabei, hallo. Cool. Wir haben auch noch was geguckt. Nämlich noch einen Kinderfilm. Die Woche starten mindestens mal zwei Kinderfilme. Das war jetzt irgendwie scheinbar einer davon. Und der zweite, den habe ich geguckt. Und ich weiß nicht so genau, ob ich das bereue oder nicht. Die Rede ist von Das große Abenteuer des kleinen Vampirs. Paul hat ihn gesehen und vielleicht auch der Timo, oder? Nee, ich habe es nicht mehr geschafft. Das hat mich echt geärgert. Schade. Der hätte gerne mal reingeschaut. Kennst du die Reihe? Kennt ihr die Reihe? Nee, nee. Keine Ahnung. Also als ich jung und knackig war, also vor vielen Jahren, so Ende der 80er, Anfang 90er, gab es Der kleine Vampir überall als Buch. Ich hatte, glaube ich, auch so ein paar Bücher davon. Und vor allem als TV-Serie mit Gerd Fröbe als Vampirjäger. Ich weiß jetzt nicht, ob das das irgendwie ist, nur halt in modernen oder ob das wieder eine neue Inkarnation ist. Ich habe keine Ahnung. Paul, worum geht es eigentlich? Vielleicht erhellen wir das ja mal ein bisschen. Genau, er hält uns. Nein, nicht der Held. Das ist doch ein Vampir. Seid ihr bescheuert? Das ist eine gute Frage. Also, es geht um, eigentlich geht es um den kleinen Vampir. Ein kleiner Junge, der irgendwann mal zu einem Vampir verwandelt worden ist. Und seitdem ein mehr oder weniger, ja, sehr für ihn langweiliges Leben irgendwie in einem Spukhaus lebt. Und doch dann gerne auch mal zur Schule gehen würde oder dort mal neue Freunde finden würde. Und deswegen schleicht er sich eines nachts dann außer Haus und lernt so die Außenwelt für sich kennen. Und nebenbei gibt es auch noch einen Vampirjäger, der die Familie dann wieder ins Visier nimmt. Und das ist quasi noch so ein bisschen zur Spannung. Aber im Grunde geht es halt um die Abenteuer dieses kleinen Vampirs. Dieser Vampirjäger ist aber nicht hier Level Blade oder so. Das ist mehr ein anderes Monster, das irgendwie auch schon saualt ist und irgendwie auf einem fliegenden Schiff unterwegs ist und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt eine Menge Dinge, die man rund um dieses kleine Vampir-Universe wissen könnte. Das würde einem voll viel helfen und so. Zum Beispiel auch die Frage, wo der eigentlich herkommt. Warum ist der Junge, also warum ist der jetzt wirklich ein Vampir? Ja, also ich weiß, ich habe eigentlich nur verstanden, dass der von diesem Piratenkapitän unsterblich gemacht wurde. Genau wie seine Mutter. Aber warum er jetzt ein Vampir wird und so, keine Ahnung. Ich nehme an, dadurch, dass dieser, dieser, weiß ich nicht, dieser toten Kapitän da auf sein Schiff geredet hat. Das muss man ja auch sagen, wirklich am Anfang, ich war sehr überrascht, wie tatsächlich düster dieser Film anfängt. Ich habe gedacht, okay, das geht in eine Richtung, die hätte ich jetzt nicht erwartet, aber die gefällt mir irgendwie. Das ist dann ein bisschen abgeflacht und dann ging es doch wieder in die so, in die normale, in Anführungszeichen, Kinder-Animations- oder Familien-Animations-Richtung. Aber der Anfang, den fand ich, den fand ich stark. Also war als, als eine, als eine, als Bezahlung quasi dafür, dass er denen jetzt das Leben gerettet hat, so habe ich es zumindest verstanden. Der Film ist ja auch von dem Mann, der den Comic gemacht hat, oder? Ich glaube, soweit ich das gelesen habe, hat er jetzt quasi seinen eigenen Comic in diesem, in dieser, in dieser Animationsfilm adaptiert. Dann ist das vermutlich so ein richtiger Gothic. Mal ganz im Ernst, ich glaube, das ist so ein Film, so stellen sich Gothics, ich bin im tiefsten Herzen vielleicht auch irgendwie ein bisschen düster, aber ich glaube, so stellen sich Klischee-Gothic-Leute vor, wie man das Thema irgendwie Kindern nahe bringen kann. Denn letztlich sind ja alle irgendwie tot und Monster und die sind aber nicht gruselig, die sind mehr so lustig oder skurril zumindest. Und die paar Frauen, die es gibt, die sind natürlich alle extrem attraktiv und das wird auch mehrfach im Film erwähnt, wie attraktiv jetzt hier die Mama ist zum Beispiel, die ja also wirklich so ganz klassisch 90, 60, 90 ist. Dann gibt es noch eine zweite attraktive Figur, die, äh, diese, diese, dieser Holzschnitt von der Frau, die quasi vorne auf diesem großen Schiff des Kapitäns drauf ist und so und alle düster und so. Und, oh, keine Ahnung, also das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das würde ich meinem Kind trotzdem nicht zeigen, weil das ist zu gruselig fürs Kind. Und der hatte, glaube ich, nicht mal eine Altersfreigabe, der war ab Null, glaube ich sogar. Aber das war wirklich, also dafür, dass die erste Szene so extrem fast schon verstörend ist und es echt mich aber auch damit positiv überrascht hat, war dann alles andere schon übelst flach und es bedient eine Menge Klischees, was ich doch bedauerlich finde und beantwortet mir auch die wesentlichen Fragen nicht. Ja, kann ich mal so sagen. Ja, ich hab mir, ich hab erst gedacht, es geht, äh, in Richtung letztes Jahr kam auf Apple TV Plus, äh, auch im letzten, im Dezember dann noch Wolfwalkers. Ähm, auch komplett andere Geschichte, aber irgendwie so auch, der war ja auch rauer, aber der hat dieses Raue und dieses, ja, doch ist trotzdem Kinderabenteuer, aber wirklich ernsthaft, das hat er durchgezogen. Und hier flacht es dann irgendwann ab, dann wird es halt so eine klassische Geschichte, äh, ein, äh, ein Menschenjunge lernt dann das Leben der Toten kennen, so ein bisschen und dann gibt's halt diesen 0815 Vampirjäger da, der ein bisschen Stress macht, aber so wirklich so der große Wurf war's leider nicht. Ich fand's ganz sympathisch, dass diese, äh, Monster da immer so einen Filmabend hatten und da so ein kleines Kino hatten und da immer dann solche Monsterfilme geschaut haben. Das fand ich ganz nett und ich muss auch sagen, ich mochte auch die Animation, also, ich war grad ein bisschen erschrocken, dass, äh, Katharina die Animation von Gregs Tagebuch charmant genannt hat. Ähm, ich fand die zum Beispiel, äh, irgendwie charmant, die haben mir gefallen, aber leider ist es dann auch nicht, selbst bei der kurzen Spielzeit, also von, der geht 70, nee, 80 Minuten, ähm, da war ich dann leider, obwohl ich am Anfang doch gehuckt war, war ich dann spätestens ab der Hälfte so, ja, okay, es ist jetzt. Es lief halt irgendwie so, ne, aber gerade, wo du sagst, Animations, also, das, ich glaub, das lag nicht am Stream, das lag einfach an der gewollten Animation und ich fand's recht ruckelig und das find ich gar nicht so toll irgendwie. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein Frame-Einbruch im Stream gewesen ist oder ob das eine Animation ist. Nee, der Trailer ist auch so. Ja, weil ich muss sagen, ich kann damit nicht viel anfangen, wenn das so unrund läuft und das ist auch mein großer Kritikpunkt jetzt am letzten, diesen animierten Spider-Man-Film, wo jetzt der Trailer für den zweiten ja auch kam und so, also, ich mag das nicht, wenn das so ruckelt, das ist auch meinetwegen Kunstfreiheit, sollen sie alle machen, wie sie wollen, aber mich stört das, ich find das nicht schön zu gucken. Ich find das sieht toll aus. Hm. Ich seh sowas gerne. Okay. Also unterschiedlich kann's sein. Also ein Film vielleicht für die Gothic-Kids da draußen, keine Ahnung. Also wirklich, also die erste Szene mag recht verstörend sein, aber das war's dann auch. Und dann haben wir beide noch eine Doku gesehen, die kam schon letzte Woche ins Tino, aber der Stream kam recht kurzfristig und die hab ich mir komplett unvorbereitet angeguckt und ich sag mal so, ich hab recht viel aus meinem privaten Umfeld wiedererkannt. Die Rede ist von Bloody Nose Empty Pockets. Es geht um eine Bar. Diese Bar hat anscheinend ihren letzten Abend und alle Stammgäste kommen nochmal vorbei und geben sich so richtig die Kante. Die Kamera hält drauf, wie da Dinge passieren, die in so Bars eben passieren. Dann Leute entblößen sich, Leute weinen, Leute gestehen sich ihre Liebe, andere Leute wollen sich prügeln, wiederum gibt's noch irgendwelche Kids, die die Barfrau, die da arbeitet, irgendwie betreuen muss noch so nebenbei und ganz viele weitere Dinge, die mir halt wirklich aus sowas ja wirklich wie einer Stammkneipe, und wir sind ja auch beim Stammtisch, bekannt vorkommen. Wie waren so deine Eindrücke von Bloody Nose Empty Pockets, Paul? Ich hatte ihn hin und wieder schon mal gehört, weil er, ich weiß gar nicht, ob er von Sundance oder irgendwo auf irgendeinem Festival lief, der und da hat er schon so ein paar Kritiken bekommen, die meinten, ja, der ist nicht schlecht. Und deswegen, obwohl ich gar nicht so, also sagen wir es wie es ist, ich bin kein Barmensch. Aber mich hat diese, mich hat diese Geschichte und mich hat dieses, dieses Porträt, dieses wir haben wieder so ein Mini-Kosmos, mich hat das einfach interessiert. Und ja, also dafür, dass dieser Film eigentlich nur dabei ist und halt auch jetzt nicht irgendwelche, also es ist ja eine Dokumentation, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie hier jetzt die Interviews geführt werden oder da die Voice-Over kommen, sondern es fängt halt einfach diesen Tag ein, man erhält schon zu den meisten Figuren wirklich so eine, so ein Einblick und eine Hintergrundgeschichte und dann wird es auch mal dramatisch, dann wird auch, also das total, also diese ganzen Figuren oder diese Menschen, die hier vorkommen, die haben halt auch, das sind fast alles, ja, wie sagt man, so Originale oder es sind alles solche Figuren oder, das klingt so komisch, aber alles solche Menschen, die sind halt, die haben ihre Macken, die haben ihre Ausdrücke, die haben ihre Geschichten, die nehmen kein Blatt vor den Mund, die meisten zumindest, die haben vielleicht mal eine tragischere Geschichte und vor allen Dingen hat mir diese Zusammenhalt in diesem Mikrokosmos irgendwie gefallen, der sich durch die ganze Zeit, durch den ganzen Film gezogen hat, wie sie aufeinander Acht geben, vielleicht auch den einen, der morgens schon angedrungen in die Bar kommt, zu sagen, solltest du jetzt nicht eigentlich auf Arbeit sein, ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass du eigentlich gar nicht hier sein solltest, komm, mach jetzt mal lieber dahin und das, ja, weiß ich nicht, hat irgendwie auch sowas, so eine Wärme ausgestrahlt, die ich eigentlich ganz mochte, für mich hat es sich dann irgendwann so ein bisschen verlaufen, also die Themen und so, die, finde ich, haben sich dann auch ein bisschen wiederholt, ich habe gerne dort mit dran gesessen, weil es fühlt sich wirklich so an, als würdest du da auch mit an dieser Theke oder was auch immer da sitzen, ja, ich weiß nicht, wie ging es dir, wie hast du das aufgeschnappt, dieses Feeling? Ja, also das, ich fand es halt ganz faszinierend, zum einen, wie nah dran die teilweise sind, denn es werden sehr persönliche Momente erzählt, wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen oder halt eben wie ein Ex-Soldat sich quasi jetzt noch von der Gesellschaft wertgeschätzt fühlt, das Thema Alkoholismus wird bei verschiedenen Figuren sehr in den Mittelpunkt gerückt, was ja irgendwie dann auch so ein bisschen, ja, so ein Blankziehen auch ist, ja, wie nah die Kamera dran ist, wie nah die Leute auch die Kamera ranlassen, da ist wirklich ein Vertrauensverhältnis da gewesen, ich meine, da sitzt ein Typ, der bringt eine Tüte mit und sagt hier, nimm mal die Tüte und tu die mal weg und so, und du willst die ganze Zeit über den Film wissen, was ist in der Tüte drin, aber irgendwann merkst du, der Typ, der die Tüte mitgebracht hat, frisst gerade LSD oder irgendwas in der Richtung und der ist dann ab der Hälfte des Films einfach, es war physisch noch da, aber psychisch nicht mehr und dann spielt er mit seinen Fingern irgendwie in seinem Cola-Glas rum und so, das ist schon, also ich sag mal so, wenn der jetzt mal ein Mitarbeiter wäre, der würde ich mir jetzt vielleicht Gedanken machen, ob ich den noch weiterhin anstelle oder wirklich eine Dame, die halt wirklich sich entblößt und so, also das ist vielleicht auch was, da willst du nicht unbedingt ein nahezu unsterbliches Zeitzeugnis in die Popkulturwelt stellen, haben diese Menschen aber gemacht und ja, da wird auch mal geweint, da wird es wie gesagt sehr emotional, da spielt natürlich Alkohol wie gesagt auch eine große Rolle und es war insofern mal schön, weil auch bei mir mal eine Stammkneipe geschlossen hat und so und ich kann diesen Punkt nachvollziehen, dass zwei Menschen, die man nur aus den Kneipen kennt, dass man die dann schon irgendwie auch ganz gern hat, da muss man halt dann irgendwann gucken, ob diese Menschen halt Menschen sind, die man auch mal fernab des Alkohols, fernab dieser Kneipe mal treffen kann und möchte oder ob das eben eigentlich nichts anderes sind als Sau-Freunde, weil im Suff sind wir doch irgendwie alle Kumpels und Kumpelinen und ja, also das Positive daran ist wie gesagt, wie nah einen die Kamera an diese Menschen bringt und das fand ich irgendwie faszinierend. Genau, kam letzte Woche schon im Kino und oder lief da zumindest an, vielleicht gibt es nochmal die Gelegenheit den irgendwo zu sehen, ich könnte mir vorstellen, dass der aber auch gegebenenfalls bei einem Digitalanbieter oder meinetwegen Mubi oder so mal aufschlägt. Macht das denn letztendlich Lust auf einen Kneipenbesuch oder ist das eher so, dass man sich, wie ich das beim Trailer hatte, dass man sich eher an die letzte Kneipe des Abends erinnert, in der man um 4.30 Uhr nach der Disco nochmal rein streunert und denkt, ja ist jetzt, oder wenn man darüber noch denken kann, ja ist jetzt gerade ganz witzig, aber doch bitte nicht, also täglich oder wöchentlich dahin. Was meint ihr? Es ist keine runtergekommene Kneipe, keine Absteige und da geht es auch nicht ums klassische Reste ficken, das sind schon Stammgäste. Also das ist schon, also ich fand es fast schon gemütlich, ich hätte mich da glaube ich zumindest zeitweise auch gerne mal mit hingesetzt, aber es gab dann, also wenn es, wenn man quasi sagen, wir verfolgen hier den kompletten Tagesablauf bis zum Ausklingen und Abschließen der Bar, ich denke, ich wäre einer der Gäste gewesen, die dann nach einer gewissen Zeit auch den Absprung gefunden hätten. Ja. Welchen Absprung ich leider finden musste, war die, die ich gefunden habe, Nachsichtung des Films Don't Look Up, ein Film, der jetzt demnächst, die Woche noch bei, glaube ich, Netflix anläuft, der klärt mich auf, ob das so ist oder nicht. Der kommt am, korrigier du mich, wenn es falsch ist, der kommt am Heiligabend, am 24. meine ich auf Netflix. Am 24. startet er weltweit auf Netflix, auch in Deutschland und wer ihn vorab sehen möchte, ab 9. Dezember läuft er dann hier im Kino. So ist es. Ihr beide habt ihn komplett gesehen und ich leider nur die erste Hälfte und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, ich habe voll smart den Titel verstanden, der ist nämlich zweideutig und dann war das gar nicht so klar, wie ich dachte. Also da war der Applaus, da war er. Er war aber eher so. Slow clap, ich verstehe, verstehe. Ja, ich bin halt die breite Masse, erzähl doch mal, Stur, worum geht es denn? Es geht um, ja im Prinzip ist es Armageddon. Genau. Ja, Wissenschaftler entdecken einen Meteoriten oder es ist ein Asteroid, ich weiß es gar nicht. Ein Asteroid. Ein Asteroid, vielen Dank. Und der befindet sich auf Konditionskurs mit der Erde, wenn er aufschlägt, dann war es das einfach mal. Punkt, Ende, Mickey Maus. Und dann machen diese Wissenschaftler das, was jeder gute Mensch macht. Sie gehen natürlich zu den Leuten, die das Sagen in der Welt haben, im Speziellen dem Weißen Haus. Nur da will man nicht so richtig was davon wissen, denn es stehen ja Wahlen an, das wäre jetzt auch irgendwie ein verdammt mieses Thema. Und naja, es geht dann trotzdem in die Öffentlichkeit und man würde jetzt eigentlich denken, hey, da rast ein Asteroid auf uns zu, wir müssen was unternehmen. Aber es gibt dann doch irgendwie interessantere Themen. Wer von den Wissenschaftlern ist denn noch Single? Wer ist süßer? Sind Kid Cudi und Ariana Grande immer noch zusammen? Und ja, die Zeit wird immer knapper. Und das ist im Grunde, der Timo kann mich gerne da berichtigen, don't look up. Ja, das ist natürlich das große Projekt von Netflix, also wenn man mal so die Leute, die daran beteiligt sind, nehmen wir mal vor der Kamera, DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, da haben wir Jonah Hill dabei, haben wir Mark Rylance dabei, Tyler Perry und natürlich Everybody's momentan Darling, Timothy Chalamet, Ron Perlman und die von dir schon angesprochene Ariana Grande. Und der ist von Adam McKay, den kennt man spätestens, wer ihn nicht von Ricky Bobby kennt, der kennt ihn dann spätestens von The Big Short und von, ich bin auf die Sprünge, ach ja, Weiß, genau, Weiß, der mit Christian Bale. Und wem Weiß schon vielleicht ein bisschen zu grotesk erschienen, der kann mit Don't Look Up, glaube ich, gar nichts anfangen, weil das ist, korrigier du mich, wenn du das anders siehst, das ist schon nicht mehr Satire, das ist schon fast meter grotesk und meter grotesk im Sinne von, dass das, was wir da sehen, das ist schon so wenig subtil, dass man sich manchmal fragt, ist das eigentlich Absicht, dass das so wenig subtil ist oder ist das wirklich, ja, was heißt, fehlendes Geschick in der Satire, denn auch da komme ich wieder mit meinem Schnack too big to fail. Wenn man sich da ansieht, wer davor und hinter der Kamera dabei ist, ja, dann kann man das ja eigentlich gar nicht ignorieren. Und man guckt dann diesen Film, der auch mindestens mal 20 Minuten zu lang ist, mit zwei Stunden 25 und denkt sich danach, hm. Okay, also ich möchte dir was vorausschicken, ähm, ich, ähm, ich, dieser Film ist unglaublich schwer zu greifen, sag ich mal. Es ist ein Film, der ist wie so einer dieser komischen Sitzbälle, den man versucht dann so zu umklammern und dann irgendwie wegzutragen und das kriegt man nicht so richtig hin, ähm, weil er einfach so groß ist, also von der Besetzung her, aber auch vor allem von den Thematiken, die da drin sind. Es ist da alles überhöht in diesem Film, alles ist überspitzt, also die Wissenschaftler sind die einzigen, oder vielleicht noch die Familie der Wissenschaftler, die einzigen Charaktere, wo ich sage, ja, okay, äh, die könnten auch wirklich hier in dieser Welt rumlaufen. Alles andere ist so übertrieben und überspitzt. Wir haben Meryl Streep als Präsidentin, ähm, also, das, da, da wirkt Trump gegen noch wirklich, ähm, professioneller, um es mal so auszudrücken. Und das kann man mögen, das kann man lustig finden, es gibt wirklich Momente, die fand ich wirklich sehr amüsant, ähm, aber ich hab den Adam McKay lieber, der so Sachen gemacht hat, wie halt eben Anchorman, Ricky Bobby oder für mich sein bester Film, die etwas anderen Cops. Ähm, ich hab jetzt schon öfters gehört, dass viele so überrascht hatten, was, der Typ von Anchorman dreht jetzt solche Filme wie Weiß, wo es halt um den ehemaligen Vizepräsidenten geht. Ich finde aber, dass sich Adam McKay thematisch gar nicht mal so sehr weiterentwickelt hat. Ähm, diese Satire waren immer schon Teil seiner Filme, sie waren nur früher halt wirklich vergraben unter dieser, äh, diesem Klamauk. Aber schon Ricky Bobby ging es um toxische Männlichkeit, äh, in die etwas anderen Cops ging es um Gier, um, um Korruption, um Betrug. Und diese Themen, die hat er jetzt nach vorne gepusht, also spätestens 2018 mit dem Big Short. Und ich finde, dass seine Filme seit dem Big Short, die, die kann man gut weggucken, auch wenn sie sehr lang sind. Und die sind unglaublich prominent besetzt, gar keine Frage. Wir könnten, glaub ich, drei Stunden hier verbringen, einfach nur indem wir die Liste, äh, durchgehen, wer da alles mitspielt in diesen Filmen. Ähm, aber ich finde, diese Filme haben etwas, und vielleicht werde ich mich jetzt so ein bisschen in die Nesseln mitsetzen, aber, ähm, die haben immer so diesen modernen Geschmack der Selbstherrlichkeit, äh, der Selbstherrlichkeit drin, ne? Ich hab immer das Gefühl, dass das so Filme sind, ähm, die wollen einem vorgaukeln. Und wenn du diesen Film siehst, dann bist du ein besserer Mensch, weil jetzt weißt du, wie es funktioniert, ja? Ja, jetzt bist du cleverer als alle anderen. Und damit hab ich ein wenig meine Probleme. Ja, ich seh's nicht ganz so kritisch wie du, weil ich dann das, das Ansinnen, was er da erzählen will, bei, vor allem in den Big Short, einfach sehr, sehr gut und wichtig finde. Und man da einfach, oder er zumindest für mich dann eine Methode entwickelt hat, wie man das unterhaltsam machen kann, sodass aber die Unterhaltung nicht, dass man danach rausgeht, so, das ist ja so ein bisschen der Vorwurf von vielen an The Wolf of Wall Street, wo man natürlich, ne, auch Leonardo DiCaprio, ich hab, glaub ich, noch nie in einem Kinosaal so viel gelacht wie bei Wolf of Wall Street und meine Begleitung saß daneben und sagte, wie kannst du denn darüber lachen? Die haben doch Leute verarscht. Und ich denke, ja, aber der Film ist einfach launig. Und am Ende kommt es ja, wie es kommen muss. Sprich, Jordan Belfort kriegt auch seine, in Anführungsstrichen, Strafe. Und das ist halt bei The Big Short, ist immer auch wieder, gibt's immer wieder Einsprengungen und Szenen, wo halt klar wird, das ist irgendwie, das ist absurd, das ist skurril, das ist lustig. Und das heißt, ich glaube, es sagt dann irgendwie, Brad Pitt sagt in einer Szene, ja, euch ist schon klar, dass ihr gerade quasi gegen das amerikanische Volk gewettet habt am Aktienmarkt. Oder dass ihr gerade gegen sämtliche Anleger in Amerika wettet. Und man denkt so, hey, fuck, das ist hochkomplex, aber ich verstehe, ich hab zumindest einen Anflug von Verständnis. Bei Vice selber, wenn man sich damit auseinandersetzt, was nun die Bush-Administration die Zeit angeht, da merkt man ja, das ist ja wirklich, also das ist ja so Kritik mit dem Holzhammer an den aktuellen damaligen politischen Verhältnissen in Amerika. Das ist dann halt wenig subtil. Deswegen teile ich auch deine Einschätzung nicht, wenn du sagst, man hat so ein besseres Gefühl, oder man fühlt sich halt etwas Besseres, wenn man da rausgeht. Weil ich finde, dass da auch meistens beide Seiten was abkriegen. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt bei Don't Look Up klar ist, zu welcher Partei diese Präsidentin von Meryl Streep porträtiert, zu welcher Partei die gehört. Natürlich hat die dann, und da sind wir dann wirklich gefährlich nah an seiner richtig, richtig Platten-Satire. Der Sohn ist auch in der Administration. Woher kennen wir das wohl? Dann haben wir einen catchigen Spruch, der auf Wahlkampfveranstaltungen oder auf Rallys geskandiert wird. Es gibt natürlich rote Käppis, auf denen dieser Spruch da auch noch steht. Spoiler-Alarm. Der Spruch hat was mit dem Filmtitel zu tun. Aber ansonsten, ich bin auch nicht ganz zufrieden mit diesem Film, weil ich mich auch manchmal frage, im Gegensatz zu dir, was will der mir eigentlich erzählen, wenn der albern sein will, so in der Richtung, this is the end, also auch so eine Endzeitgeschichte stricken will und dabei grotesk ist, fein. Und da hat er sicherlich auch Elemente. Aber ich frage mich generell, und das habe ich mich bei McKay vorher nicht gefragt, was will der mir denn eigentlich gerade erzählen? Will er sich eigentlich über alles nur lustig machen und mit dem Finger drauf zeigen? Denn dafür ist es dann wirklich teilweise wieder nicht bissig genug, sondern es ist eigentlich nur ein, ich mache mich darüber lächerlich und ich zeige mal, wie absurd das ist, dass wir uns, auch in der aktuellen Situation, dass wir, das sind ja zwei Stellvertreterfiguren von DiCaprio und Lawrence, dass wir uns über Wissenschaft lustig machen, dass wir deren Bedeutung runterspielen. Und das hat natürlich dann auch wieder aktuelle Anklänge bei einer Sache, die uns seit knapp zwei Jahren begleitet. Aber ich frage mich nach wie vor, was will der Film mir eigentlich erzählen? Da muss ich noch reingrätschen, das finde ich ja übrigens auch sehr interessant. Dieser Film ist ja schon entstanden oder wurde entwickelt, da war ja Corona noch gar kein Thema. Es ging ja ursprünglich wirklich um den Klimawandel oder die Klimakrise und das ist ja eine Thematik, die nicht vom Tisch ist, nur weil jetzt Corona herrscht. Also hat dieser Film ja quasi thematisch fast schon so eine Art Doppelimpact. Ja. Und was sich dafür für eine Aussage trifft, ich hatte das Gefühl, dass Adam McKay mir einfach klar sagen will, du hör mal, wir sind gefickt. Punkt. Und das dann, wenn wir das aber so, wenn wir das hinnehmen als Prämisse dann, aber wir sind das, bitte in Establishment und Arthouse, also wir sind gefickt, aber auf erhöhtem Niveau. Also das ist ja so ein bisschen das, was vielleicht auch so. Also für mich ist es so, dass wir als Zuschauer mit die Perspektive einnehmen dieser Wissenschaftler. Also von den Anführungszeichen normalen Leuten und einfach sehen, wie die oberen und auch die unteren, das ist ja auch eine Thematik. Wie kann es sein, dass die Unterschicht irgendwie den Überreichen so verfallen ist? Wie kann es sein, dass ein Megakonzern behandelt wird, als wäre es ein Rockstar? Also wunderbar Mark Rylance als, ich sag mal, Steve-Job-Klon, ja. Und ich erkenne da viel wieder, nur mir war es irgendwie zu aufgeplustert, wirklich. Es war mir zu massig. Es war auch irgendwie teilweise ein bisschen, also er sprang mir zu viel. Und ich mochte das Ende tatsächlich ganz gerne. Nicht nur, weil eine Darstellerin ihr Arschgeweig zeigt, aber irgendwie, das ist ein Film, den kriege ich nicht zu fassen. Es war ein Film, der, wie gesagt, hatte was sehr selbstherrliches. Und ich habe auch ein bisschen das Problem, das hatte ich schon bei The Big Short. Ich mag The Big Short wirklich gerne, aber ich habe mit The Big Short so das ähnliche Problem wie auch mit Wall Street. Ihm sind die Opfer im Prinzip scheißegal. Und das finde ich sehr schade. Ja, also. In der Stunde, die ich ja gesehen habe, wenn ich vielleicht kurz ergänzend gab, ich weiß nicht, ob das in dem zweiten Teil, was da hinzukommt. Aber genau genommen siehst du diese ganzen Opfer doch gar nicht großartig. Wie andere Menschen reagieren. Also in der Stunde, die ich gesehen habe, siehst du sie gar nicht. Und wenn ich generell nochmal ergänzen kann, was ich gut finde, ist, dass er die Finger eigentlich in alle Richtungen irgendwie erhebt und drauf zeigt. Nicht nur die Präsidentin, nicht nur irgendwelche Konzerne, sondern eigentlich auch das Thema Wissenschaftskommunikation mal in den Raum stellt. Wie kann es sein, dass so verdammt smarte Köpfe, die innerhalb kürzester Zeit auch offensichtlich Kontakte haben, den Weltuntergang zu erkennen und mitzuteilen, nicht in der Lage sind, den richtig zu kommunizieren. Dass diese Leute sich nicht vor einer Kamera setzen können, ohne zu heulen oder Anfälle zu bekommen. Das Thema Wissenschaftskommunikation ist eine ganz entscheidende, auch wie ich weiß, gerade in der aktuellen Wissenschaft schlicht auch, da gibt es eigene Wirtschaftszweige zu, dass die Erkenntnisse, die wir alle fleißig vor uns hinsammeln und unserem Elfenbeinturm in Bücher und Datenbanken schreiben, dass die halt nirgends ankommen und irgendeine Art von ja letztlich auch Umsetzung erfahren, siehe Beispiel Klimawandel, das du jetzt hattest. Wir wissen seit den 60ern, 70ern und wahrscheinlich schon früher, dass die Welt untergeht und haben nichts getan. Da ist jetzt nur so halt in dem Beispiel eben der Meteorit, der da runterkommt, jetzt eigentlich auch keine andere Sache. Also in der Richtung auch nochmal den Fingerzeig auf die Wissenschaft, die es irgendwie auch nicht geschissen kriegt. Ich würde das aber bei den Wissenschaftsfiguren, weil das für mich, und das ist eines meiner größeren Probleme mit dem Film, finde ich wie die Kleine, was das Erzählerische angeht, aber für mich sind das auch keine Figuren, für mich sind das eigentlich Karikaturen. Also gerade so die DiCaprio-Figur ist doch, finde ich, er hat einen ganz, ganz starken Monolog dann, aber auch der ist fast so grotesk, dass ich dann denke, ja, das ist eine richtige Figur mit Fleisch, ist das irgendwie nicht. Und deswegen habe ich dann, ich war nicht zuerst sicher, was du meinst beim Endestu, deswegen hatte ich auch, das Ende war für mich dann völlig unpassend. Also nicht das Ende Ende, sondern das Ende. Und die Hörerinnen, die dann den Film sehen werden, wissen glaube ich auch, was ich meine. Das hat dann so einen bemüht, emotionalen, intimen Charakter, der zum Rest der Erzählung überhaupt nicht passt. Und deswegen stelle ich nochmal die Frage, ich weiß nicht, was er mir da erzählen will. Also ich mochte das Ende halt einfach, weil ich halt nicht das Gefühl, also ja, auch diese Wissenschaftler sind von der Figurenzeichnung, sag ich mal, grob, aber halt im Kontext zu dem, was da sonst rumläuft, sind die halt wirklich, ich sag mal, authentisch. Vor allem, ich mochte wirklich Jennifer Lawrence wirklich sehr, sehr gerne als, ich habe jetzt ihren Namen vergessen in dem Film. Und ich kann diese Wissenschaft ja auch verstehen, weil ich meine, die wollen ja wirklich den Leuten sagen, was los ist, aber es scheint sich ja keiner so wirklich dafür zu interessieren. Zumindest nicht von den Leuten, die die Macht hätten, das zu verbreiten, etwas dagegen zu tun. Deswegen kann ich da schon verstehen, dass die irgendwann auch ein bisschen durchdrehen. Natürlich, klar, verglichen mit, in Anführungszeichen, richtigen Charakteren sind das auch Abziehfiguren. Aber wie gesagt, der Kontext, das macht es für mich aus. Meine Frau wollte den gucken. Und wisst ihr warum? Wegen Lawrence und wegen DiCaprio. Die hat richtig Bock auf diesen Film gehabt und ich weiß, wenn ich deren Film pitchen würde mit hier Weltuntergang, alles voll hektisch und vielleicht ein bisschen lustig, aber auf jeden Fall irgendwie auch anstrengend. Das würde die niemals gucken. Aber bei der Besetzung ist mir ganz klar, warum die Besetzung im Raum steht. Also wer das, warum die die gewählt haben und auch wer das gucken soll. Nämlich ich, die breite Masse. Und das habe ich gern getan. Ich bin auch sehr gespannt, wenn der halt immer Heiligabend dann bei Netflix erscheint und durch diesen Starcast, ist ja, das ist ja für jeden was dabei. Weißt du, Mutter und Oma sagen, oh, Meryl Streep. Ja, die junge Cousine sagt, oh, Timothee Chalamet und natürlich DiCaprio und Lawrence. Sonst, ich bin, ich könnte mir vorstellen und ich glaube, das ist wirklich ganz nice, dass der vielleicht für Diskussionen sorgen könnte, so beim Weihnachtsbraten. Ja, cool. Da freuen wir uns doch alle. Also das ist doch genau das, was wir wollen. Im Weihnachtsfest noch Zwietracht unter den Familienmitgliedern. Was kann es Besseres geben? Kündige sofort dein Netflix-Abo und solche Sachen. Finde ich super. Ich hatte noch einen, in Anführungsstrichen, klugen Gedanken. Ja, weil Andi auch sagte, mit dem Pitchen und dem Verkaufen dieses Films. Das ist ja, finde ich, so ein bisschen der Taschenspielertrick von Adam McKay. Spätestens seit The Big Short, da hat er das ja sogar auf die Spitze getrieben, wenn er da in Sequenzen, ich glaube, Margot Robbie, die dann komplexe Sachverhalte in der Badewanne halbnackt erklärt. Und das ist natürlich auch der Trick von diesem Film, dass die Besetzung einfach dich so ein bisschen dazu verleitet, dass du es auf jeden Fall gucken willst, weil wenn du Leonardo DiCaprio, ich habe das, glaube ich, in unserer Late Night gesagt, ist für mich ein Schauspieler, der keinen schlechten Film abliefert seit mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten. Und ich finde auch Don't Look Up ist kein schlechter Film. Es ist halt nur auch kein wahnsinnig guter Film, weil er irgendwie, ich finde ihn relativ inkohärent. Ich habe schon zweimal gesagt, ich weiß nicht, was er mir erzählen will. Ich verstehe die Aussage natürlich, aber ich weiß einfach nicht, wo er denn jetzt hin will. Und dementsprechend wundere ich mich auch ehrlich gesagt nicht so ganz, dass das so ein Netflix-Projekt ist. Denn, das habe ich auch schon an vielen Stellen gesagt, das ist halt eine Company, die will Content. Die will gar nicht so sehr, dass wir uns großartig vielleicht mit Sachen auseinandersetzen im inhaltlichen Sinne, sondern wir sollen uns auseinandersetzen, um, ja, weitere Abos zu generieren. So nach dem Motto, hast du schon Squid Game gesehen? Hast du schon Don't Look Up gesehen? Hast du hier Killers of the Flower Moon gesehen von Scorsese? Der kommt ja sowieso nur limitiert im Kino. Das ist auch so ein bisschen mein Netflix-Problem. Und der Film stellt für mich alle Sachen, die ich an Netflix mag und die ich an Netflix nicht mag, ist eine perfekte Zusammenfassung davon. Viel heiße Luft, da gebe ich es dir teilweise recht. Aber auch gleichzeitig, irgendwie im Kern ist was drin, was man woanders nicht bekommt. Mittlerweile. Aber doch lieber vielleicht Don't Look Up als sowas wie Red Notice, oder? Ernsthaft. Ja, aber definitiv. Was ich halt auch noch frage, und dann können wir auch gerne das Thema mal langsam ad acta legen. Ich überlege gerade auch, ob ich dem Film, also ich fand den jetzt auch nicht scheiße, nicht falsch verstehen. Also ich würde auch jetzt keine, unbedingt eine Empfehlung aussprechen, aber ich würde auch nicht abraten. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass meine, ich nenne es mal Antipathie, dem Film gegenüber, auch darin besteht, dass wir jetzt seit fast eineinhalb Jahren mit Leuten zu tun haben in unserem näheren Umfeld, glaube ich, jeder hat mindestens eine Person oder halt eben auch in den Medien, Social Media, einfach in unserem Umfeld, die es einfach nicht geschissen bekommen, um es mal so auszudrücken. Ja, also Leute, die sich nicht impfen wollen, Leute, die Masken verweigern, etc. pp. Und vielleicht bin ich auch einfach müde und jetzt kommt dieser zweieinhalb Stunden Film, der halt nur von solchen Leuten bevölkert wird. Und ich glaube, vielleicht ist es einfach daran, vielleicht hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Du bist müde. Ich bin müde, ja. Müde sind wir noch lange nicht. Wir haben richtig Bock noch mit euch über Filme zu sprechen und haben da ganz viele Ideen, wie wir das machen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn dieser Film dann zu Weihnachten auf Netflix aufschlägt und ihr da draußen auch Interesse habt, mit uns vielleicht nochmal drüber zu sprechen, ich möchte ihn ja auch erstmal zu Ende gucken und so, und ich weiß, dass der liebe Dom zum Beispiel auch richtig Bock auf den Film hat, dass wir das Ganze zum Beispiel nochmal in einem Twitter-Space, also einem, ja, wenn man so will, Online-Chat-Dingsbums, bisschen wie Clubhouse nur für alle, dass wir da nochmal drüber sprechen können. Ich denke, da haben wir auch tolle Ideen, das umzusetzen und möchte mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal bedanken, bei den Zuhörenden zum einen, und mich auf euer Feedback freuen. Ihr habt jetzt außerdem noch die Gelegenheit, gleich auch noch einen letzten Einspieler zu hören, denn zusammen mit dem lieben Patrick habe ich mir die sechste Staffel von The Expanse vorab anschauen dürfen. Wir haben auch hier für euch ganze zwölf Minuten drüber gesprochen und ich schwöre, wir haben nahezu nicht, wir haben gar nicht gespoilert, ihr könnt das Ding also komplett anhören. Ja, auch vielleicht der aktuell besten laufenden Science-Fiction-Serie oder eben jetzt ja nicht mehr laufenden. Hört mal rein, was da gleich kommt und ich bedanke mich herzlichst beim Timo, beim Stu, beim Paul, fürs Gucken der Filme, fürs Heute-Mitmachen, fürs Besprechen, für die Expertise und sonst so. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Ihr Andi, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ersteindruck zur inzwischen sechsten Staffel von The Expanse, der vielleicht besten Science-Fiction-Serie, die gerade da draußen für uns Science-Fiction-Fans ausgestrahlt wird. Wir hatten vorab die Gelegenheit, die komplette sechste Staffel vorab zu sehen und komplette sechste Staffel heißt in dem Fall irgendwie auch nur sechs Folgen. Das ganze Ding ist etwas, ja, was man irgendwie auch unter den besonderen Bedingungen betrachten muss, die The Expanse in den letzten Jahren durchgemacht hat. Und wir ist in dem Fall jemand, mit dem ich zusammen auch schon die Besprechung zur fünften Staffel machen konnte. Da auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, dass ihr reinhört in die große Besprechung zur Expanse Staffel 5, die ich nicht nur mit dem Paul, sondern auch mit dem lieben Patrick aufgenommen habe. Moinz und Patrick. Hi. Wir beiden haben vorab die Gelegenheit genutzt, uns Expanse Staffel 6 anzugucken. Und vielleicht vorab mal an dich so die Frage, mit was hast du gerechnet, was hast du erwartet? Hattest du Staffel 5 überhaupt noch so im Kopf oder ging es dir so wie mir, dass dir das vielleicht alles ein bisschen dünn in Erinnerung war? Ich habe Staffel 5 noch in sehr guter Erinnerung. Einfach, weil das so ein richtig schöner Survival-Trip im All war. Aber es schadet echt nicht nochmal ein bisschen, die Staffeln aufgefrischt zu haben, weil diese sechste Staffel, die setzt sehr, sehr viel Basiswissen voraus, damit man da emotional auch komplett mit den ganzen Charakteren mitgehen kann. Das kann ich absolut bestätigen. Das ist eine Serie, bei der es wirklich sinnvoll ist, das alles davor geguckt zu haben. Und ich finde aber auch, und wir werden hier, ich weiß noch gar nicht so genau, ob wir spoilern werden, ob es wirklich so sinnvoll ist oder ob wir es ein bisschen kryptischer behalten. Ich bin fast gegen Spoilern, weil es ja doch irgendwie der große Abschluss ist. Aber es ist eine Serie, das ist auf jeden Fall sinnvoll, die Staffeln davor gesehen zu haben. Aber ganz ehrlich, eigentlich reicht es auch, Staffel 5 gesehen zu haben. Denn das ist für mich eine Serie, die in jeder Staffel ganz andere Schwerpunkte hatte. Ganz andere, wenn man so will, Gegner, ich kann mich erinnern an Kämpfe gegen Monster, an Kämpfe gegen irgendwelche, ja so Pseudo-Pilz-Dinge, dann irgendwelche Ausbrüche von Viren und so. Also es war schon so ein bisschen bei mir das Gefühl, als wäre das eine Serie, die sich halt in jeder Staffel neu aussucht, worum es eigentlich gerade geht. Und das Ganze halt eben mit immer wieder denselben Charakteren und Figuren erzählt. Jetzt hatten wir hier bei Staffel 6 das Problem, dass einer der Hauptcharaktere am großen Finale gestorben ist. Aus ja bekanntem Grund. Der Schauspieler hat sich hier wohl mit Vergewaltigungen und generell sexuellen Übergriffen sehr negativ auf sich aufmerksam gemacht und ist hier aus der Serie gestrichen worden. Wir kennen allesamt, wir beide und Paul damals auch nicht, die Buchvorlage nicht. Ja und jetzt geht's weiter. Und ich sag mal so, Staffel 6 fühlt sich für mich an, als wäre es eigentlich Staffel 5 der Epilog, beziehungsweise das, was irgendwie noch gefehlt hat, um es jetzt halt irgendwie zu Ende zu bringen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, kann ich. Ich kann jetzt noch nachreichen, also dieser Charakter, der in Staffel 5 ausgeschieden ist, der hätte in den Büchern noch eine richtig relevante, große Rolle gespielt. Also das hab ich mir sagen lassen. Deswegen musste da man wohl so ein bisschen umdisponieren. Ist ja generell spannend. Wir haben hier am Ende der Staffel 6, wie gesagt, es geht nur sechs Folgen und es hat sich bei mir das Gefühl eingestellt, als wolle man hier einfach irgendwie einzelne Handlungsstränge noch irgendwie zu einem Ende bringen. In einem gewissen Rahmen mag das auch funktionieren. Gerade halt der große Antagonist der 5. Staffel und wie es mit diesem Antagonisten, ja was es damit auf sich hat und also der Marco Inaos, wie kann man ja mal sagen und sein Sohn und so, die ja diese Freedom Army oder Freiheitsbewegung der Belter, also der Gürtler, letztlich irgendwie darstellt und die jetzt gegen die Inneren, also den Mars und insbesondere eben auch die Erde sehr rabiat fortgegangen sind. Wir haben das auch schon gesehen in der 5. Staffel, in dem großen Finale, wie dann da nicht wenige Meteoriten oder Asteoriten, kein Plan, auf die Erde niederstürzen und da ein Millionensterben provozieren. Also ganz krasse Endsituationen und wir sind hier am Anfang der 6. Staffel eben in genau der Situation. Der Krieg geht voran, wir haben aber auch die ganzen Toten zu beklagen und irgendwie müssen wir aber auch gucken, wie es jetzt vorangeht und was es eigentlich mit diesem Protomolekül noch so auf sich hat. All diese Themen spielen jetzt irgendwie in diese Staffel 6 rein und ich sag mal so, bis auf diesen Hauptpunkt, nämlich diesen Krieg, während aus meiner Sicht wird keine dieser Fragen wirklich beantwortet. Ganz im Gegenteil, es werden neue Fragen aufgemacht, die, soweit ich mich jetzt hier belesen habe, eher quasi Content aus den folgenden Büchern sind, die noch nicht Teil dieser Staffeln waren. Genau. Also nach den Ereignissen von dieser Staffel und diesem Buch würde es einen Zeitsprung auch von Jahrzehnten geben und daran könnte man dann mit einer Folgestaffel oder einer Nachfolgeserie anknüpfen. bei mir war aber auch das Problem, diese Staffel, dass viele Fragen für mich unbeantwortet gewesen sind. Die anderen Staffeln haben immer so den Protomolekülen unterstanden und diese Staffel hat den Schwerpunkt mehr auf die Charaktere gesetzt und hat mehr darauf geguckt, dass die irgendwie sowas wie einen abgeschlossenen Ark alle kriegen. Ja. Aber diese ganzen offenen Fragen bleiben, deswegen hat sich das für mich nur für so ein Charakterfinale angefühlt, aber nicht wie ein Serienfinale, also wirklich wie ein Finale war das für mich nicht. Ich will wirklich nicht zu viel verraten, aber wir können vielleicht so ganz grob mal so ein bisschen Dinge abklappern, die mir jetzt hier einfach nur beim Überfliegen des Cars so einfallen und ich möchte nochmal ganz deutlich betonen, dass ich die Lösung, die für den Konflikt gefunden wird, die finale Lösung, die wir dann im großen, in der sechsten Folge sehen, da gibt es übrigens ganz tolle Raumschiffsschlachten, das muss ich mal betonen, ich habe mir das auf meinem neuen schönen großen Fernseher angeschaut, das sieht richtig toll aus und klingt auch ganz gut, wir haben mehrere dieser Schlachten innerhalb der sechs Folgen, das ist wirklich toll gelungen, muss ich trotzdem sagen, dass der letztlich die finale Lösung für diesen Konflikt und wie dann hier mit einzelnen Figuren umgegangen wird, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das kommt total übers Knie gebrochen daher und wirkt wirklich wie so eine Lösung, als ob man schon eigentlich Szenen gedreht hatte und dann kriegt man gesagt, oh wir haben aber nur sechs Folgen, also modifiziert man eine Szene so, dass sie irgendwie dann so auch in der finalen Szene wirken kann und wie gerade wirklich dann mit Figuren umgegangen wird und wie auch wieder weitere Figuren dann doch noch überraschenderweise vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen haben und so, finde ich, alles hat mir nicht gefallen, sorry, war gar nichts, ich mochte überhaupt, das war ja schon in der fünften Staffel mein Problem, ich mochte dieses ganze innerfamiliäre Ding überhaupt nicht, also was Naomi Nagata mit ihrem Sohn und da mit dem Inaros da mit dem Marco, der der Vater des Sohnes ist, das fand ich von vorne bis hinten schlecht und auch nicht glaubhaft und auch echt auch nicht so richtig gut gespielt. Ja, da sind wir wieder bei einem Punkt, also mich hat das jetzt auch nicht zu 100% abgeholt, aber diese Schlachten, die waren wirklich so gut gemacht, das hat sich angefühlt wie damals, als ich als Kind so diese ersten Battlestar Galactica Folgen gesehen habe und mich diese Weltraumschlachten total fasziniert haben mit der Lautlosigkeit und dem Realismus, da haben sie wieder richtige Pluspunkte aufgefahren, aber die Charakterentwicklungen, die fand ich auch nicht zu 100% gelungen, da hab ich mich echt gefragt, haben die nochmal die Charaktere sich verinnerlicht? Kam mir nicht so vor. Ne, gar nicht, wenn ich mich dran erinnere, was in der fünften Staffel der Amos Burton für einen Tiefgang bekommen hat, mit seinem quasi Trip auf die Erde, wo er dann auch zu einem späteren Zeitpunkt diese, ich glaub, Julie Mao ist das, oder es ist eine andere Mao, Clarissa Mao ist das in dem Fall, die ja dann auch so viel verraten, genau, die ja dann auch so Crew dazustößt und so und auch die Bobby sehen wir wieder, also das ist alles, das ist so über das Knie gebrochen, ganz viele Figuren kriegen nicht so richtig Tiefe, beziehungsweise es funktioniert nicht, am deutlichsten finde ich funktioniert das überhaupt nicht noch bei der Christian, aber Sarala, die ja, wenn man so will, die, keine Ahnung, was ist die, Präsidentin der Menschheit oder sowas, ja, das ist ein sau interessanter Charakter, da funktioniert richtig viel, aber hier in den sechs Folgen kommt sie leider einfach nicht zur Geltung, das obwohl sie eigentlich mein Highlight in der kompletten Serie ist im Nachhinein, also da muss man schon sagen, da könnte ich jetzt wirklich viel drauf rummerkern, aber vermutlich müssen wir dankbar dafür sein, dass wir überhaupt sechs Folgen und Abschlüsse bekommen haben, das bisschen Angetise für die Zukunft ist ja auch alles schön und gut, wird hoffentlich zu einem Spin-off führen, aber ich bin da nicht sonderlich, ja, optimistisch ehrlich gesagt, weil es tatsächlich doch gerade eine Menge andere Science-Fiction gibt, die bei Disney läuft, Netflix haut eine Menge Sachen raus und auch Star Trek geht ja aktuell weiter, für die Expanse sehe ich, und das obwohl es eigentlich trotz der ganzen Negativpunkte, die ich jetzt gerade genannt hatte, vielleicht trotzdem immer noch die womöglich beste und auch aufmerksamkeitsintensivste Science-Fiction-Serie ist, ich habe jetzt die Tage auch bei der Mandalorian-Staffeln erstmalig geguckt und das ist wirklich so ein Ding, da kannst du noch drei Bildschirme nebenbei laufen lassen, das ist völlig irrelevant, was da passiert, du kriegst alles mit, aber die Expanse, da musst du am Ball bleiben, da musst du mitkriegen, wer gegen wen und warum, wer arbeitet jetzt mit wem zusammen, was ist gerade passiert, was hat das für Konsequenzen, auch für andere Bereiche der Serie und so, das, vielleicht war es zu komplex, vielleicht war es zu komplex. Ich sag, schaut euch zumindest irgendwelche Story-Zusammenfassungen an, damit ihr da halbwegs gut wieder reinfindet, weil sonst sitzt man so ein bisschen auf dem Trocknen und denkt, oh, habe ich jetzt irgendwas verpasst, aber das ist teilweise schon Staffeln davor passiert, was da dann an Charakterentwicklung vorgearbeitet wurde, das ist echt ein bisschen schwierig und die Produktionsgeschichte für diese Serie, die ist ja jetzt auch nicht weniger problematisch, wie oft hat Amazon die Serie vor der Absetzung gerettet, diese sechste Staffel, das war ja noch immer ein Zugeständnis an die Fans, die hätte es wahrscheinlich auch nicht gegeben, wäre nicht der Amazon-Chef selber so ein großer Fan dieser Serie. Ja, der gerne mal in den Weltraum fliegt und so, also hoffen wir es einfach, dass das vielleicht in irgendeiner Form eine Art von Spin-Off gibt, wenn es halt bei Amazon und Netflix nicht laufen sollte, mir ist völlig Wumpe, wer es jetzt nicht aufgreift, aber es gibt am Horizont ganz viele weitere Serien, es sind neue Stargates, Serien in Planung, ich gehe davon aus, dass wir noch einiges an Science-Fiction kriegen werden in den nächsten Jahren und auch Babylon 5 Reboot habe ich irgendwo gelesen, ist zur Debatte, Battlestar Galactica steht zur Debatte, da ist die Expanse als ja eine Serie, die jetzt vielleicht nicht so den durchschlagendsten Erfolg in der Fangemeinde hatte, leider, einfach auch eine Serie, die da womöglich jetzt gerade ein bisschen untergegangen ist und damit habe ich eigentlich meine finalen Vote gesagt, Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich würde sagen, bei The Expanse, die Serie hat immer einen schweren Start, weil man sich in die Serie ein bisschen reinfriemeln muss, weil die Serie einem nicht alles aufs Auge drückt und weil man sich die Welt auch so ein bisschen über die Hintergrunddetails quasi erschließen muss, deswegen kann ich es verstehen, dass die Serie nicht den größten Anklang bekommen hat, man kann das nicht, wie man der Lorien nebenbei schauen, ist halt leider Tatsache. Deswegen, ich bin dankbar für das, was ich bekommen habe, aber ich würde mich auch freuen, würden wir jetzt noch ein wirklich würdiges Finale kriegen oder irgendwie wirklich dann mit Zeitsprung diese Staffel, dass man unsere alten Helden nochmal sieht, dass die sich dann in dieser neuen Welt dann zurechtfinden müssen. Ich habe die Lösung an all unsere Probleme, bevor wir das krasse Spin-Off irgendwo meinetwegen bei Pluto TV bekommen, worum was auch immer das ist, will ich einen Film. Ich will das haben, wie damals bei Firefly, die sollen noch einen Film nachschieben, der so ein paar Dinge zum Protomolekül aufdreht, der zum Beispiel das ganze Ding erklärt, warum auf dem Planeten da hinter dem Tor, warum da diese komischen Pyramiden stehen und so. Dazu noch einen Film, irgendwas, das fände ich geil, das könnte auch sehr gerne sehr episch werden, das würde ich mir wirklich angucken. Das hat auch bei Cowboy Bebop schon funktioniert und bei Firefly. Super. Gebt ihm einen abschließenden Film mit richtig schön bombastischer Kino-Action. Dann sind alle zufrieden und gucken sich vielleicht noch die Serie an, wie sie sich verdient hat. Patrick, vielen Dank und weiterhin viel Spaß in den unendlichen Weiten. Bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus